Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Immer mit dem Kopf durch die Wand wollte Anakin Skywalker in Episode 3 laut Obi-Wan Kenobi und nach 17 Jahren, wo wir das im Kino erleben konnten, sind beide nun zurück. Nicht auf der Leinwand, sondern auf dem kleinen Bildschirm in der mittlerweile fünften Folge von Obi-Wan Kenobi und wir besprechen sie natürlich in gewohnter Manier. Wer bin ich, der Dom? Und wer ist hier zum einen der Trandoshana Christopher? Hello there! Und natürlich in gewohnter Manier auch ein Gast aus unserer mehr als reichhaltigen Star-Wars-Fan-Gemeinde in unserer Tele-Stammtisch-Redaktion, nämlich der Kenny High. Eine traumhaft wunderschönen guten Tag! Ja, kein Star-Wars-Zitat. Ähm, das ist der Weg. Ja gut, äh... Darüber sprechen wir nicht. Mir gefällt's! Darüber sprechen wir nicht, ja. Ja, freut mich, äh, dass du mit dabei bist und mit uns die fünfte Folge besprichst. Wir haben ja bei uns tatsächlich auf dem, äh, redaktionsinternen Discord-Server natürlich auch schon so ein bisschen über die Serie gesprochen. Und im Gegensatz zu uns, was du jetzt nicht von Anfang an so begeistert, magst du denn mal vielleicht so kompakt, äh, wiedergeben, wie dir die Serie bisher so gefallen hat und was so deine Probleme damit waren, vielleicht am Anfang? Also, ich, ich war im Urlaub, als ich die allererste Folge gesehen hab. Ich saß in meinem schönen Airbnb-Haus auf der Couch vorm Kamin und hab die erste Folge gesehen und ich war enttäuscht. Also, meine Freundin saß auf der Couch neben mir und ich hab die Folge geguckt, die hat irgendwas mit dem Handy gemacht und ich hab nur geflucht. Und dann hat sie ständig, ständig hat sie mich gefragt, was ist denn nur los? Und dann hab ich immer regelmäßig Pause gemacht und hab ihr erklärt, obwohl sie keine Ahnung von Star Wars hat, wieso mich das so aufregt. Und das Ding ist, ich bin halt ein Star-Wars-Fan der ersten Stunde. Das heißt, ich hab die originale Star-Wars-Trilogie gesehen, noch bevor die Episode 1 bis 3 noch im Kino waren. Also, ich war quasi schon originaler Star-Wars-Fan in den 90ern. Also, ich hab noch, noch bevor die digitale, überarbeitete Version rauskam. Ja. So, dann hab ich halt regelmäßig die ganzen Flickenteppiche mitbekommen. Ich hab Episode 1 bis 3 mitbekommen. Dann, worüber wir nicht reden wollen, 7 bis 9. Dann gab's dann noch die tollen anderen Sachen wie Clone Wars Rebels und dann letztlich die tollen anderen Serien wie Mandalorian, Boba Fett. Ich hab alles davon gesehen. Außer, ich muss jetzt sagen, bei Clone Wars fehlt mir ... Ich bin bei Staffel 3 oder so was. Ich hab die letzten 3 nicht gesehen. Das ist Finale nicht gesehen. Ich hab Rebels nicht gesehen. Aber Mandalorian und Boba Fett bin ich auf dem Stand. Und ich hab auch ein paar Bücher von den anderen Sachen da, die ich hatte damals gelesen, hier, die Geschichte, die zwischen Episode 6 und 7 passiert. Da gibt's einige Bücher dazu, wo die Ehe von Leia und Han Solo zum Beispiel ein bisschen erklärt, was die so alles gemacht und erlebt haben. Was ja eigentlich alles fehlt. Aber egal, ich drifte ab. Und dann, ich wollte natürlich, ich will immer die Bindung sehen, wie die es schaffen, die alte Trilogie mit der Neuen zu vereinen. Und ja, genauso wie die es schaffen muss, die alte Trilogie mit den Neuen danach zu verbinden. Und das ist für mich immer Flickenteppich-Flickerei gewesen. Und mit Kenobi hatte ich gehofft, dass sie es schaffen, diesen Flickenteppich doch ein bisschen schöner zu gestalten. Mhm. Und dann fängt die erste Folge an und dann so, was und hä und äh. Und da waren so viele Sachen dabei, die mir aufgestoßen sind, wo ich sage, die machen keinen Sinn. Es gab so viele Widersprüche, die sich für mich nicht gut angefühlt haben. Aber dann kam Folge 2. Die fühlen mir dann schon besser, weil dann ja Leia, quasi dazukam. Am Anfang kam ja Leia schon dazu, aber das war so das Highlight der Serie bisher, so war immer Leia. Mhm. Das war dann ganz gut, weil das ist am Anfang so, okay, Tatooine, Luke, wir sind wieder auf dem Wüstenplanet, wir sind wieder in Mos Eisley, Mos Espa und, ja genau, genau. So, und dann kam halt die Sache mit Alderaan und mit Leia und der Entführung, wo ich sagte, okay, ja doch, es ergibt irgendwie Sinn. Obi-Wan hat sich nicht bloß 30 oder 20 Jahre auf Tatooine versteckt. Da muss ja was gewesen sein. Also, da kann nicht nichts gewesen sein. Das hätte keinen Sinn ergeben. Natürlich, was es war, wissen wir nicht. Und das Ding ist, ich hatte mich auf diesen originalen Kinofilm gefreut, den Kenobi-Film. Den Trailer dazu gibt es ja immer noch online. Wann kam der raus? Vor vier Jahren oder so. Und der war ja so richtig nostalgisch, so richtig depressiv, könnte man meinen. Das hätte ein Film sein können, wo nur Kenobi alleine vor der Kamera sitzt und 90 Minuten nichts sagt und die Geschichte nur mit Bildern erzählt wird. So ein Film hätte das sein können. So a la die rote Schildkröte. Wo niemand redet und du am Ende trotzdem Rotz in Wasser heulst. Nach den Klonkriegen war halt einfach alles scheiße. Das Imperium war da, das war eine beschissene Zeit. Und man merkt es ja auch, Obi-Wan geht es beschissen am Anfang. Der sieht scheiße aus. Der ist runtergekommen. Der hat keinen Lebenswillen mehr so richtig. Der lebt nur von einem Tag auf den nächsten. Und das hätte dieser Film wahrscheinlich dargestellt. Dieses ultradepressive, diese schlimme Zeit. Und ich vergleiche das immer mit der Nazi-Zeit. Für mich das Imperium sind die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Die haben die Macht übernommen und dann war alles scheiße. Und Leute haben darunter gelitten, dass die zeitweise so erfolgreich waren. Die haben die Menschheit unterdrückt. Die haben schlimme Sachen gemacht. Und viele haben darunter gelitten. Und so ist es halt auch bei Kenobi. Der hat unter dieser Zeit echt stark gelitten. Alle seine Werte wurden verraten. Er war ein Jedi, der ein Namen in seinem Jedi-Orden war. Und dann fiel das alles weg. Alle seine Freunde und Kollegen wurden abgeschlachtet. Familie, er musste flüchten, war ganz alleine. Wie scheiße ist das bitte? Und dann machst du diese Serie. Und dann passieren so Sachen, wo ich sage, so schwierig. Aber dann wurde es ja besser. Und Folge 5 zum Beispiel ist bisher, finde ich, die beste Folge. Also die hat mir richtig gut gefallen. Und man muss wirklich sagen, also wer die erste Folge kacke findet, wie ich, und dann aufgehört hat, sollte der vielleicht doch noch eine Chance geben und sich die restlichen Episoden antun. Weil sie wirklich besser werden. Hast du denn mal da ein kurzes Beispiel, was dir gar nicht so gefallen hat an der ersten Episode? Das Imperium ist halt bösartig, das wissen wir. War das Episode 1, wo dieser Jedi aufgehangen wurde in der Stadt? Ja. Meines Dinges, ihr müsst wissen, bevor ich das Star Wars angefangen habe, habe ich gerade Narcos zu Ende geguckt. Und da habe ich damit gerechnet, dass er da hängt ohne Kopf. Mhm. Bei Narcos ist das üblich. Und da hing er da mit Kopf, logischerweise. Da kann man jetzt sagen, warum, ich meine, bei Star Wars Episode 4, hab ich das vor kurzem nochmal angesehen, da rennt Luke zurück zu der Farm von seinen Eltern oder von seinem Onkel und seiner Tante. Und da liegen die Gerippe dort, also die Skelette. Wie brutal war eigentlich Star Wars mal? Und jetzt ist es so, wir versuchen das ein bisschen brutal zu machen, aber bloß nicht zu brutal. Wir wollen ja politisch korrekt sein. Aber wird es, es wird, glaube ich, nicht gezeigt in Episode 4. Es wird angedeutet, da sieht man eigentlich nur, dass halt die Farm zerstört ist und dass da irgendwie Rauch rauskommt. Ich weiß nur, dass man... Nein, die Skelette liegen auf dem Boden. Du siehst da verbrannte Skelette liegen, das schon für einen kurzen Moment. Okay. Du siehst, du hast ja diesen Moment, der einfach richtig stark ist, wenn Luke zuerst wegsieht, aber sich dann quasi selber zwingt, hinzusehen, um das zu akzeptieren. Und dann siehst du da halt die Skelette. Ja gut, das war mir jetzt nicht mehr ganz so geläufig. Ich weiß nur, das ist, glaube ich, mal, das war sehr makaberes Merchandising. Man bekam, glaube ich, die verbrannten Leichen oder Skelette, was auch immer, von Onkel Biru und On Lars bekam man als Actionfiguren, soweit ich weiß. Nicht offiziell, glaube ich, lizenziert von Kenner Toys. Bestimmt nicht. Ja, eine Sache, die mir aufgestoßen ist, war zum Beispiel der Kontakt von Reva mit Onkel Owen. Wir alle wissen, was passiert. Wir alle wissen, Onkel Owen überlebt die ganze Geschichte. Da passt er flug auf bis zu Episode 4, wo dieser tragische Angriff vom Imperium kommt. Ja. Und dann erstellen sie eine Szene, wo Reva ihm das Laserschwert in den Hals hält, mit übelst dramatischer Musik. Man denkt so, wozu? Wir wissen doch, wie es ausgeht. Ja. Wozu diese Dramatik? Das ist doch, es ist so da, denke ich mir so, du kannst den jetzt nicht abschlachten, der lebt in Episode 4 noch, das geht nicht. Ja gut, das könntest du natürlich dann bei der ganzen Serie sagen. Das ist halt ein altes Prequel-Problem. Eben. Ja, du brauchst es nicht. Das ist halt, genauso wie die Serie fängt an, und plötzlich landet erst mal ein Schiff hier von den Inquisitoren, und dann steigen erst mal drei Superhelden aus, die aus dem Marvel-Universum sein können. So sahen die aus mit ihren tollen, shiny Rüstungen. Und dann stehen sie da und so, äh, wir sind die Bösen. Natürlich, die Serie läuft keine fünf Minuten, und schon hast du erst mal den Bösewicht der Serie. Dabei wissen wir, der eigentliche Bösewicht ist Darth Vader, und Obi-Wan mit sich selbst, er selbst ist sein größter Feind, weil er quasi mit sich selbst zurechtkommen muss, alleine auf, 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 auf Tatooine. Und da braucht's doch nicht noch so einen Haufen Inquisitoren. Naja, ich mein, die suchen ja nach Obi-Wan. Ich muss auch sagen, äh, da im Hinblick, also auf die Urtrilogie, oder was halt eben zwischen beiden Trilogien sich so in den 20 Jahren ereignet hat, das macht für mich irgendwie schon Sinn, dass, also wenn man mal drüber nachdenkt, warum sollte Darth Vader eigentlich nie nach Obi-Wan gefahndet haben, oder so. Ich mein, die suchen ja nach allen möglichen Jedi, daher sind ja auch die Inquisitoren. Ja, wie gesagt, ich hab, ich hab, ich hab Rebels nicht gesehen. Also ich hab von den Inquisitoren echt keine Ahnung. Ja, also, lass es mich so sagen, die, die Inquisitoren, die, äh, sind zwar durch die Rebels-Serie, äh, dazugekommen, aber es war ja auch schon, selbst schon im Vorspann, oder aber auch, selbst in Episode 4 wird es erwähnt, dass Darth Vader irgendwie auch Agenten des Imperiums hatte, oder irgendwie sowas, oder auf jeden Fall Helferlein. Und die Inquisitoren, die waren auch von Palpatine tatsächlich so geplant, also es ist auch, auch in der Clone Wars-Serie nimmt das sehr viel Platz ein, dass es abtrünnige Jedi gibt, die dann auch später wissen, dass sie unter Palpatine zu Inquisitoren werden und ihre eigenen Brüder und Schwestern töten werden. Das ist alles geplant gewesen tatsächlich. Die waren immer in der Hinterhand und es gab ja auch welche, also, das kann ich auch mal hier am Rande erwähnen, hier ist ja schon öfters der Name Quinlan Vos gefallen. Und ich hatte damals so ein bisschen recherchiert, der ist tatsächlich auch jemand, der während der Klonkriege dem Dunklen anheim fällt, ein Schüler von Doku wird, aber dann später wieder den Weg zur hellen Seite der Macht gefunden hat. Also, als Beispiel jetzt mal. Oder in, weiß ich nicht, in Clone Wars taucht zum Beispiel auch mal ein wirklich abtrünniger Jedi-General auf, der dann seine eigenen Klontruppen irgendwann abschlachtet. Also, das steckt schon irgendwo da drin. Sie haben dem Ganzen mit den Inquisitoren halt ein bisschen mehr Form gegeben, sag ich mal, durch die Rebels-Serie. Ja, natürlich. In dem Fall brauchst du irgendwie so was. Ja. Aber wir kennen das Tausendiversum, wir kennen die Guten, wir kennen die Bösen. Brauchst du dann immer noch separat nochmal einen extra Bösewicht, der nur für eine Staffel irgendwie geschaffen wird? Äh, sind die ja nicht. Sind die ja nicht. Also, der große Inquisitor, der ist ja aus Rebels. Ja, auch Reaver zum Beispiel. Reaver, ja, Reaver ist eine komplett neue Figur, aber die hat ja durchaus, insbesondere dann jetzt durch diese Folge, irgendwie auch eine etwas neue Faktion bekommen. Tatsächlich, ja. Das ist dann auch, glaub ich, eine schöne Überleitung, weil über das andere können wir dann noch mal reden. Also, können wir festhalten, du magst die Serie inzwischen deutlich mehr als am Anfang und du fandest die aktuelle Folge jetzt wirklich gut. Ja, absolut. Okay. Ja, ich weiß nicht, Christopher, hast du noch was anzumerken? Ansonsten würde ich sagen, springen wir mal rein, oder? Nein, springen wir rein. Springen wir rein, genau. Right into the basement, this is where the fun begins. Ja, wo beginnen wir denn? Wir beginnen mit einer Rückblende. Und zwar nicht irgendeiner Rückblende, sondern wirklich weit in die Vergangenheit. Auf Coruscant und der Shot, den wir hier sehen, der wirkt halt wie so ein Pendant zu dem in der allerersten Folge, wo wir ja diese Jünglinge im Jedi-Tempel haben, trainieren sehen. Und es ist auch offensichtlich derselbe Raum. Aber es ist tatsächlich noch weiter in der Vergangenheit, nämlich zu einer Zeit, die wahrscheinlich entweder sogar noch vor Episode 2 oder nach Episode 2 spielen soll. Und wen kriegen wir zu sehen? Tatsächlich mal in person. Er ist um keinen Tag gealtert. Hayden Christensen ist zurück. Und er sieht hier aus wie in Episode 2, allein schon, weil er halt noch ein Padawan ist. Und wie man das von ihm kennt, ist er deutlich dunkler schon gekleidet als die anderen Jedi, entweder wirklich in schwarz oder sehr dunklem Braun, was natürlich auch schon ein bisschen foreshadowing ist. Ja, es war ja irgendwo abzusehen. Aber ich muss sagen, ich fand's schon schön, dass wir ihn wirklich auch mal zu Gesicht bekommen, oder? Ja. Also, diese Folge hat zum ersten Mal dazu geführt, dass ich verstanden habe, warum die Hayden Christensen überhaupt zurückgeholt haben. Weil ihn nur in das Vader-Kostüm zu stecken und ihn da rummarschieren zu lassen mit James Earl Jones als seine Stimme, wäre das alles, was sie ihm angeboten hätten, hätte ich Hayden Christensen an seiner Stelle, hätte ich gesagt, okay, wenn ihr das wollt, guter Paycheck, mach ich, aber ist irgendwie unsinnig. Ja, die haben ja in der Vergangenheit schon öfter mit solchen Rückblenden experimentiert, auch in den Filmen. Ich meine, du hast in The Last Jedi, wenn sich jemand daran erinnert, einen kurzen Moment, wo du Luke und Leia zusammen trainieren siehst, als Luke klar wurde, dass Leia ja auch machtsensitiv ist. Er erzählt Rey davon. Das war aber, glaube ich, in Rise of Skywalker. Oder in Rise of Skywalker war es? Ja, ja. Sicher? Ja. Oder dann war es da, ja. Ja, ich hab jedenfalls mal gehört, in der Rohfassung des Skripts, so in der ersten Fassung war diese Rückblende eine komplette Szene und nicht nur eben eine ganz kurze Rückblende. Von daher, ich find das gut, wenn sie das öfter machen in Zukunft, sei es in den Filmen oder in den Serien, die Vergangenheit aufgreifen, um damit bestimmte erzählerische Lücken zu füllen oder eben sogar die Vergangenheit ein bisschen anreichern mit Informationen, die wir noch gar nicht hatten. Du hast dieses große Universum mit so viel sich überschneidender Historie, nutze es. Ja, weil so hast du dann nicht bei diesen Flickenteppichs, sondern saubere, flüssige Übergänge. Es ist auf jeden Fall wirklich ein Weitersprung zurück. Obi-Wan kommt dann ja rein und, ja, er sieht halt im Großen und Ganzen, auch wenn man sieht, dass Ewan McGregor natürlich schon gealtert ist, sieht er im Großen und Ganzen schon aus wie in Episode 2. Was man von Hayden Christensen leider nicht so behaupten kann, ne? Ja, das ist eine große Frage bei dieser Episode. Warum haben die da keine digitale Verjüngung angewandt? Ich mein, das wär ja bei ihm eigentlich am wenigsten aufwendig, als es jetzt zum Beispiel bei Mark Hamill der Fall ist. Ihn ein bisschen jünger aussehen zu lassen, 20 Jahre jünger, wäre er jetzt wirklich kein großer Akt. Eigentlich nicht, ne? Und ich meine, also grundsätzlich ist der jetzt nicht so wahnsinnig gealtert, Hayden Christensen, aber man sieht halt doch, dass der da nicht 20 ist, sondern, ja, so ... Also, ich mein, in Wahrheit ist er jetzt so Anfang 40 und das siehst du schon tatsächlich, ne? Es hat so ein bisschen, vom Effekt hat's mich so ein bisschen an Orlando Bloom erinnert, der im Hobbit deutlich gereifter aussieht als in Herr der Ringe. Ja, kommt hin. Da hieß es auch so damals im Honest Trailern, ja, why does he look so mature? Das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Da hat man's aber auch gemerkt. Ja, ich hab vorhin auch noch ein, gerade eben hab ich noch ein YouTube-Video entdeckt, wo tatsächlich Fans mal wieder bessere Arbeit geleistet haben in Sachen De-Aging oder auf jeden Fall digitale Verfremdung als die Macher selbst. Also, es hat hier einen ähnlichen Effekt wie bei Luke am Ende von der zweiten Staffel The Mandalorian. Ja, was komisch ist, weil es ging doch die Geschichte rum, dass genau diese Person, die dieses Video gemacht hat mit der Gegenüberstellung. Hier habe ich das Material bearbeitet, hier ist die Lucasfilm-Version. Ja. Soweit ich weiß, hat diese Geschichte ein wunderschönes Happy End, weil diese Person wurde von Disney entdeckt und bekam einen Job bei Lucasfilm-Angeboten. Stimmt, ja. Weil die gesehen haben, das ist ja peinlich, da macht das jemand zu Hause besser als wir, okay, dann holen wir den ran. Und das Ergebnis davon konnte man dann auch, glaube ich, bestaunen. Denn in The Book of Boba Fett sah man ja auch wieder Luke Skywalker und er sah dort wesentlich besser aus. Ja, definitiv. Hatten sie vielleicht noch mehr Zeit und der interagiert natürlich da auch deutlich mehr. Wobei ich muss zugeben, ich fand das im Mandalorianer, es sah absolut furchtbar aus für mich. Du hast das ja nicht gesehen, aber in dieser Folge in Boba Fett, das sieht wirklich um Längen besser aus. Die haben darauf reagiert. Ja, ist nicht schlecht. Vielleicht war es ja sogar derjenige, welcher. Also, das wurde ja tatsächlich mit Deepfake gemacht. Und warum das hier nicht zum Einsatz kam, verstehe ich nicht. Ich meine, die ganze Szene dürfte ja auch sehr offensichtlich auch zu sehen. Die ist mit der Stagecraft-Technologie gemacht, würde ich sagen. Vor allem haben wir wieder, ähnlich wie in Episode 4 oder Folge 4, nicht Episode 4. Man muss ja ganz schön aufpassen, ne? Haben wir ja auch wieder eine starke Spiegelung tatsächlich des Bodens. Wobei ich sagen muss, es sieht hier schon besser aus als in der vierten Folge, wo Sam, schöne Grüße, das letzte Woche ja angemerkt hatte, dass es auf ihn irgendwie sehr merkwürdig wirkte mit der Reflexion des Bodens. Ja, diese Jedi-Tempel, sagen wir mal so, wir sind die Künstlichkeit ja aus den Filmen ein Stück weit gewohnt. Weil die CGI der Prequels ist wirklich nicht gut gealtert. Gerade Episode 2 ist ein Musterbeispiel dafür. großer Gott. Da wirken manche Szenen wirklich wie Videosequenzen aus einem Playstation-Spiel. Von daher, das hat einen bizarren nostalgischen Effekt. Du siehst die Künstlichkeit dieser Räume und du denkst dir, ja, fast genauso wie damals. Ja, gut, vielleicht ist es aber, ob es gewollt ist, ich glaube nicht. Jedenfalls, was passiert hier? Beide haben sich anscheinend, also Anakin und Obi-Wan, haben sich hier zu einer Training-Session einfach getroffen. Und treten jetzt gegeneinander an. Und ja, da kam mir dann halt auch wieder in den Sinn. Und ich fand es sehr schön, dass sie es hier eingebaut haben. Weil schon bei der dritten Folge kam mir einfach so in den Kopf, ja, die müssen ja eigentlich schon, also Obi-Wan muss ja schon etliche Male gegen Anakin einfach während der Ausbildung gekämpft haben. Und diesen Kontrast, den sah man ja dann auch in Episode 3, weil Anakin durch die Verwandlung schon eigentlich in Darth Vader einen ganz anderen Kampfstil hat auf Mustafa als am Anfang des Films. Also, Vaders Kampfstil ist deutlich brutaler und kompromissloser als Anakins. Das fiel mir sehr auf, tatsächlich damals schon. Das ist jetzt die große Frage, wenn du solche Prothesen hast, er hat keine Beine, er hat keine Hände mehr so wirklich, inwiefern beeinträchtigt dich das in deiner Bewegung? Wenn man zwar, na klar, das ist alles fiktiv, das ist alles Science-Fiction und mit übelst krassen Hightech. Es ist das Gleiche wie bei echten Menschen, die wirklich amputierte Beine haben und Beinprothesen haben. Oder diese Cyborg-Beine, die er da quasi hat, und Cyborg-Arme, funktionieren die anders wie echte Arme? Das ist natürlich die große Frage. Gehen wir davon aus, dass sie besser funktionieren und er sich trotzdem agiler bewegen müsste, hat er ja trotzdem eine ziemlich schwere und krass ausgerüstete Rüstung dabei, die alle möglichen Funktionen hat, um ihn am Leben zu halten und ihm noch seine Stärke zu geben. Verstehe ich schon, dass das die anders sein muss. Es wäre merkwürdig, wenn er in dieser Rüstung genauso agil wäre wie als 20-jähriger Jedi. Ja, ja, natürlich. Er ist ja auch natürlich gealtert. Das haben sie hier dann generell, wie Vader sich hier bewegt, das gefällt mir schon deutlich besser als in Rock One. Da habe ich mir die Szene letztens noch mal angesehen. Und also den Stuntman, den sie da ins Vader-Kostüm gestopft haben, der hat einfach, da müsst ihr echt mal drauf achten, der hat schon echt einen Hüftschwung. Also wirklich schon so, irgendein Kritiker hatte damals gesagt, das konnte ich auch nachvollziehen, er hatte zu viel Swag. Ja, also das war komisch. Und das haben sie hier deutlich besser hingekriegt. Hier bewegt er sich halt wirklich eher so klotzartig, wie David Prowse in den alten Filmen. Und trotzdem wirkt es eindrucksvoll. Was ich noch sagen kann, war, also wir haben jetzt eigentlich dann auch direkt die Überleitung zu Vader, der an Bord seines Sternzerstörers jetzt Richtung Jabeam fliegt. Ich habe noch tatsächlich ein paar Fakten zu Vaders Anzug. Anscheinend ist es so, also wir haben ja schon gesehen, er wird ja in diesem Bagdad-Tank gestopft regelmäßig. Und es ist aber so, dass er anscheinend über diesen Anzug und über diese Schaltkonsole auf seiner Brust, dass er dadurch anscheinend auch irgendwelche Mittel verabreicht kriegt, die ihn dauerhaft in Rage versetzen oder auf jeden Fall dauerhaft in Wut, sodass er stark ist in der dunklen Seite. Das wusste ich auch noch nicht. Und was besonders hinterhältig ist im Hinblick auf Palpatine, der ja den ganzen Scheiß hier schließlich bezahlt hat. Und es muss ja wahrscheinlich Vermögen gekostet haben. Der Prototyp dafür war ja dann auch schon so ein bisschen General Grievous eigentlich. Also es soll zum Beispiel ein Comic geben, wo Vader mit diesem Anzug sogar durch Feuer gehen kann, was das dann in Folge 3 so ein bisschen komisch macht. Und zum anderen ist es aber so, dass dieser Anzug wohl nicht sonderlich resistent ist gegen die Machtblitze des Imperators. Und das ist alles tatsächlich beabsichtigt für den Fall, dass Palpatine ihn doch aus dem Weg räumen muss. Da muss man sich mal echt überlegen, wie perfide und hinterhältig das eigentlich ist. Sowas. Also da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das so alles kalkuliert ist von Palpatine. Wobei der zieht ja wirklich überall die Fäden nah. Also von daher. Ja, das mag jetzt dem einen oder anderen sauer aufstoßen, aber das greift eigentlich perfekt in das, was wir in Rise of Skywalker sehen. Jetzt meine, seine ganze Planung, die Snoke-Klone und der Aufbau dieser Giganto-Armee auf Exegol, das passt eigentlich damit zusammen, obwohl das nach wie vor totaler Nonsens ist. Aber in dem Sinne, wenn man das als Kanon akzeptieren möchte, passt das. Ja gut, ich will es nicht als Kanon akzeptieren. Aber das gehört woanders hin. Das gehört woanders hin, bevor das jetzt hier eskaliert. Ja, also wir haben dann, wie gesagt, die Überleitung zu Vader auf seinem Sternzerstörer. Und Reaver ist natürlich auch anwesend. Ja, Vader hält eben das, was er versprochen hatte, schon in der dritten Folge. Er ist aber eigentlich nur noch daran interessiert, Obi-Wan in die Finger zu kriegen. Und er ernennt Reaver wirklich schon fast schon per Ritterschlag eigentlich, wie versprochen, zu Großinquisitoren. Und dann kommt auch kurz ein Imperialer und steckt Reaver so eine Art Brosche an, sodass das dann auch wirklich, ja, jetzt offiziell ist. War irgendwo abzusehen, oder? Game of Thrones, beug dein Knie. Haben die Großinquisitoren denn immer so eine Schleife getragen? Das weiß ich nicht. Da hab ich bei dem Originaltypen, ehrlich gesagt, nicht drauf geachtet. Geht das Hand in Hand mit dem, was man in Rebels sieht? Ich hab Rebels ja auch nie gesehen. Dass die diese Schleife bekommen, die aussieht wie diese Gedenkschleife in England zum Zweiten Weltkriegsfeiertag. Oh, da bin ich tatsächlich überfragt. Ja, das ist so das Sith-Pandong zur Aids-Schleife so ein bisschen, ne? Ja, Beispiel wollte ich jetzt nicht bringen. Ich war lieber für diese Zweite Weltkriegsschleife, aber gut. Ja, I stand with Ukraine. So, weiter. Ja, sie wird natürlich zu Großinquisitoren gemacht. Und währenddessen sehen wir dann, dass Obi-Wan und Co. mit diesem Transporter, mit dem sie ja entkommen konnten in der vierten Folge, dass sie dann auf Jabim landen. Da ist ja dann mittlerweile diese, ja, man kann's eigentlich fast schon wie so eine Flüchtlingsunterkunft. Und was dann ein bisschen merkwürdig ist, in der vierten Folge war das halt irgendwie alles menschenleer. Und jetzt wirkt das fast schon wie so ein Bahnhof. Also, etwas komisch, ne? Na gut, vielleicht ist es ja so eine Art Zwischenpunkt, wo Leute gesammelt werden aus verschiedenen Welten und dann von dort gemeinsam mit Transporter irgendwo anders hingebracht werden, wo es sicher ist. Wie so eine Art Sammelstelle. Mag ja sein, dass in der Zeit, wo die was anderes gemacht haben in den anderen Episoden, dass die dann ein paar Leute noch zusammengetrommelt haben oder gefunden haben und dann jetzt sagen, okay, Leute, heute fährt er eine Transporter Richtung Paradies, da wird's dann schön und sicher. Ja. Es ist möglich, es ist kein Widerspruch. Ja, kann man durchgehen lassen. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es wieder bei mir, aber hattet ihr auch wieder den Eindruck, dass die ganze Szene irgendwie echt ein bisschen zu dunkel war? Oh ja. Also, die Dunkelheit wird da, glaube ich, langsam auch genutzt, um die Schwächen des CGI ein bisschen zu überdecken. Weil manche dieser Hintergründe, die sind halt wirklich nicht sehr überzeugt. Insbesondere, wenn es solche Höhlenräume sind. Das ist mir in der letzten Folge auch schon aufgefallen. Das ist hier nicht anders. Ja, also, hier ist es mir nicht ganz so störend aufgefallen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Kamera hier weniger statisch ist als in dieser Besprechungsszene in der vierten Folge. Da war man wirklich fast schon ein bisschen abgelenkt durch diesen Hintergrund, wo man sich so dachte, ah ja, ihr steht da irgendwie grad vor einer LED-Wand. Und na ja, gut. Ja, und wer schlägt hier natürlich auch auf? Alte Bekannte aus den bisherigen Folgen. Zum einen sehen wir hier wieder diesen Loader-Droiden, diesen Ned B, den ich ja irgendwie mag, muss ich zugeben. Weil er nicht spricht. Genau, weil er nicht spricht, weil er die Klappe hält. Nee, nee, ich mag auch irgendwie das Design ganz gerne. Auch wenn es irgendwie mich so ein bisschen an ... Hm, irgendwie erinnert es mich auch ein bisschen an District 9. Ich weiß auch nicht. Also, ich mag die Animation von dem überhaupt nicht. Zumal man ja sieht, dass da drin ein Mensch steckt, der sich wirklich bewegt. Also, wenn man jetzt wieder springt zurück, Episode 4 bis 6, wenn du da die Droiden siehst, allein wie jetzt die 3PO sich bewegt, obwohl da ein Mensch drin steckt, hast du das Gefühl, der ist wirklich steif und äh, 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 wie so ein Roboter. Und du hast doch die vielen anderen Droiden. Ich sag nur Episode 6, wo die in Jabba's Palace sind am Anfang. Was da alles mit den Droiden so los ist, wie die sich bewegen, ja? Selbst die Kampfdroiden in Episode 1, wie die sich alle bewegen, so ist es merkwürdig. Und der bewegt sich halt wirklich solide, weich wie ein Mensch. Und das ist nicht gelungen. Du siehst, dass da drin ein ziemlich kräftiger Karl sitzt und, äh, da sich da hin und her bewegt. Ja, klar und sicher kann man so sehen. Auch mich stört's jetzt nicht, weil der halt auch von der Statur her eigentlich schon so ausgerichtet ist, ne? Diese Loader-Droiden, ich denke, die müssen auch relativ robust sein. Also, hab mich jetzt nicht so gut gestört. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Aber der hatte eben auch eine andere Funktion als so ein Protokoll-Droide, sag ich jetzt mal, ne? Ja, klar, aber dafür, dafür ist er aber sehr emotional. Dazu kommen wir aber später noch. Ja. Und natürlich jemand anders, äh, ist hier noch aufgeschlagen, äh, aus Folge 2. Es gibt tatsächlich ein Wiedersehen mit Haja, beziehungsweise Haja... Gesundheit. S-Tree, ja, Gesundheit, äh, alias Kumail Nanjani, der hier auch Zuflucht sucht. Ich muss sagen, ich hab nicht damit gerechnet, dass wir ihn noch mal sehen, tatsächlich. Ich hätte ihn auch nicht gebraucht. Ich fand als Comic-Relief war der furchtbar. Ich fand diese ganze Idee des Jedi-Betrügers irgendwie auch halb gar, weil, äh, einen Jedi zu imitieren, kann ja gerade in dieser Zeit nicht vollkommen ungefährlich sein. Ich fand das in der Folge schon ziemlich blöd. Und den zurückzubringen, ja, ja, gut. Er ist jetzt, er ist ja auch wegen Eternals, ist er ja, ist er ja jetzt in dieser Marvel-Star-Wars-Disney-Mühle. Deswegen wird er wahrscheinlich... Kartei, Kartei. Kartei, hat er noch ein bisschen hin und her geschoben, denke ich. Ja. Ist der, Dom ist dir eigentlich aufgefallen, von wem der synchronisiert wird? Ja, natürlich von Marius Claren. Stimmt. Guter Freund der Show. Genau. Schöne Grüße an Marius Claren. Hört gerne in unser Interview rein, beziehungsweise halt das von mir und Kenny. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr, sehr schön. Das fiel mir auch als einer, als wir da die Serie geguckt hatten. Oder als die zweite Folge lief, dachte ich mir so, ach ja, der spricht ja auch noch Kumail Nanjani. Scheiße. Wahrscheinlich, als wir ihn über die Interviewt haben, war wahrscheinlich letzte Woche oder erst an dem Tag im Studio und hat das synchronisiert. Wisch wahrscheinlich, ich wüsste es nicht. Ach nee, so gut nicht. Nein, nein. Aber, Marius, was anderes. Gibt es auf Jim Beam eigentlich auch Whisky? Ähm, keine Ahnung. Ach komm, der hat doch besser... Mann, ach, es tut mir leid. Was denn? Ich dachte, das zündet besser, der Witz. Das sollte ein Jim Beam-Witz sein. Ach so, okay. Ach ja, ach Mann. Der war zu subtil, Kenny. Der war zu subtil, ehrlich gesagt. Der war zu subtil. Ich bin gerade im Star Wars nicht im Kneipen-Modus. Dem konnte ich nicht folgen. Ich bin ja generell kein Trinker. Deswegen fliegt sowas immer über meinen Kopf. Lieber Zuhörer, es tut mir leid. Nein, irgendjemand lacht sich gerade schlapp, der das hört. Ja, am anderen Ende der Galaxis. Ich möchte jetzt gerne einen Photoshop haben, wie eine Jim Beam-Flasche auf Jim Beam umgeschrieben wird. Ja, jedenfalls, Hajar sucht hier auch Zuflucht, nachdem er ja als falscher Jedi einer echten Inquisitoren begegnet ist und das nicht so toll fand. Er sagt aber, dass er hier trotzdem irgendwie noch die Möglichkeit hat, Geschäfte zu machen für sich. Also er ist ja irgendwie so ein Unterwelt-Heini. Ja, es war schon in der zweiten Folge war schon irgendwie so ein bisschen doof, dass sie halt irgendwie nach Jedi suchen und dann da halt ein Gerücht rumgeht oder halt das die Runde macht, dass da halt jemand ist, der sich halt als Jedi ausgibt und so weiter. Und das war schon ein bisschen komisch, weil in der Unterwelt verbreiten sich nun mal so Gerüchte einfach sehr schnell und geraten dann wahrscheinlich auch sehr schnell ans Imperium. Aber ja gut, er hat mich jetzt nicht gestört tatsächlich in der zweiten Folge. Ja, und dann wendet sich Obi-Wan direkt an Roken. Wir haben tatsächlich noch mal Ice Cube, seinen Sohn dabei, Oshii Jackson Jr. heißt der, glaube ich, ne? Ja. Dem sagt er dann, dass sie Leia eigentlich jetzt so schnell wie möglich nach Alderaan schaffen müssen mit einem Transporter und dass sie dafür eigentlich eine alte Handelsroute nutzen, die Leute rauszufliegen und dass sie aber nur ein gewisses Zeitfenster haben. Und dann ist es halt auch wieder komisch, dass Roken dann sagt, ja, die warten hier seit Monaten. Und ich denke mir so, warum, also halt die ganzen Leute, und ich denke mir so, warum haben wir da in der vorherigen Folge nichts von gesehen? Also wirkt das so ein bisschen merkwürdig. Na, aber wahrscheinlich Corona-Dreh, könnte ich mir vorstellen. Generell war ich doch erstaunt, dass wir hier eine relative Massenszene tatsächlich präsentiert bekommen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das sehe ich, das ist ja eigentlich ähnlich, ja. Aber ich muss sagen, wenn ich sowas gucke, ich achte nicht darauf. Ich will, wenn ich mal was gucke, nicht immer an dieses böse C-Wort denken. Von daher versuchen wir nicht in den Filmen oder in den Produktionen mir rauszuspiegeln, hm, wie schwer war das wohl, mit Maske zu drehen oder die Abstände zu halten. Wenn ich es in der Produktion merke, haben sie es falsch gemacht, so. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ich meine, wir alle haben in dieser Zeit dringender denn je unseren Eskapismus gebraucht. Und jetzt, wo sich die Situation ja auch wieder entspannt hat, gerade in der Entertainment-Branche und gerade auch für uns Zuschauer, die rausgehen, um Entertainment zu genießen, in diesen Zeiten brauchen wir Eskapismus dringender denn je. Und auch, dass es so weit vorbei ist, dass wir es wieder genießen können, im Kino und wo auch sonst. Und deswegen will ich da auch nicht drüber nachdenken. Vor allen Dingen, es reißt mich fast schon raus, wenn ich neuere Produktionen sehe, wo Leute Masken tragen. Ich sage nicht, die Popkultur soll das für immer ignorieren. Sie kann ja hier und da darauf zu sprechen kommen. Aber ich muss es nicht irgendwie unter die Nase gerieben kriegen. Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt gerade eine Anime-Serie geguckt, zehn Jahre alt oder so. Und da ging es auch um eine Krankheit in dem Virus, wo Leute Masken tragen. Da habe ich so, ey, kenne ich doch. Ja, ja, ja. Ja, dann geht es halt darum, dass sie ihren Abflug da vorbereiten. Die sollen alles Unnötige dalassen. Hatte für mich so ein bisschen was vom Aufbruch von Helms Klamm, um mal wieder eine Herr der Ringe-Referenz reinzulassen. Und dann haben wir tatsächlich mal wieder einen extrem schicken Shot von Vader. Also ohne Scheiß. Ich würde mir, glaube ich, auch eine ganze Clipshow ansehen, wie Vader einfach nur gedankenverlogen vor irgendwelchen gigantischen Fenstern steht und hier dann in dem Fall durch den Hyperraum reist. Das würde man als Bildschirmschoner machen. So dieses Rohr von Sternen. Generell mag ich das, wenn die durch den Hyperraum fliegen. Ja, ich frage mich, ob bestimmte Motive aus der Serie tatsächlich zu Postern werden. Das hast du ja sehr oft. Und ich bin vor kurzem mal so einen Katalog durchgegangen für nerdige Wandbilder, wo ich mir hier und da was aussuchen wollte. Und die Star-Wars-Motive, da sind viele Künstliche dabei, aber eben auch viele direkt aus den Filmen. Und ich frage mich, ob manche davon das werden. Also allein das aus der einen Episode, wenn er da vor dem Feuer steht und das Feuer spiegelt sich in seinen Augen. Oh mein Gott. Ja, das ist ein geiler Schatz. Das muss zu so einem Poster werden. Ja, oder auch, wo er so die Hand hebt vor dem Feuer. Ja, das ist schon ... Ja, ach Gott, Vader hat halt eine Ikonografie. Die kann man nicht einfach so wegblasen. Ja, sie nähern sich Jabeam. Neben ihm steht die frischgebackene Großinquisitorin Reaver. Vader gibt tatsächlich dann den Befehl, den Ort komplett abzuriegeln. Und Reaver ist aber eigentlich dagegen, weil sie meint, ja, also eingesperrt können die da tagelang durchhalten. Und dann gibt ihr Vader zu verstehen, was er wirklich vorhat. Denn er will nicht unbedingt die Geflüchteten dort kleinkriegen, sondern halt eben Obi-Wan. Und das passt dann eben halt auch zum Grundmotiv dieser ganzen Serie. Dieses, ja, der Jedi-Kodex ist wie ein Juckreiz. Also irgendwann kann jemand wie Obi-Wan, dessen Denken sich ja nach außen richtet und der sich nur um andere sorgt. Und dann erst um sich selbst. Das passt da einfach gut rein. Ja, und dann sehen wir, Christopher, wie hattest du es genannt? Lola turns to the dark side. Ja, sie sieht rot, sie ist rot. Und wir alle wissen, das bedeutet nicht, dass sie zur Kommunistin geworden ist. Im Star Wars-Universum kann das nur eins bedeuten. Sie wird zum Panda. Zum Panda. Oder das. Ja, was mich da nur so ein bisschen stört, sie haben halt sowohl in der letzten Folge als auch jetzt hier immer davon gesprochen, dass Reva die einfach mit einem Peilsender versehen hat. Aber das scheint ja durchaus mehr zu sein. Ich muss auch zugeben, mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass das Licht von Lola von blau auf rot gewechselt ist. Das ist mir einfach so bewusst einfach nicht aufgefallen. Und wie wir dann ja im Laufe dieser Folge sehen, die ist ja nicht nur einfach mit einem Peilsender versehen, sondern eigentlich schon wirklich korrumpiert und versucht jetzt tatsächlich die Mechanik von diesem Tor zu manipulieren beziehungsweise das abzuschließen. Ja, mir ist nicht ganz aufgefallen, dass das Lola tatsächlich umprogrammiert wurde. Da frage ich mich, wie Reva da zur Zeit hatte. Oder war das Ding, was sie ihr eingesteckt hat, nicht einfach nur ein Peilsender, sondern etwas, was die Programmierung des ganzen Druiden manipulieren kann? Na, habt ihr das nicht gesehen? Das war ein Kontrollbolzen, der da dran ist. Das ist so ein Bolzen, den auch C-3PO und R2-D2 in Episode 4 von Owen bekommen haben, damit die halt nicht von der Farm abhauen, damit die quasi unter Kontrolle stehen. Und ich vermute mal, es wird eine Art davon gewesen sein, weil der sah genauso aus. Und dass der quasi den Willen des Druiden auf den Willen von Reva umprogrammiert hat. und dass er quasi von der Ferne irgendwie benutzt werden könnte. Gut, ich wollte gerade schon sagen, warum hat man sowas nicht öfter gesehen? Aber danke, dass du es mit eingebracht hast. Da fehlte mein Fachwissen in dem Moment. Ja, wobei ich mir da schon die Frage stelle, also klar, der Druide soll nicht abhauen, bekommt so einen Kontrollbolzen bei C-3PO und R2-D2, machte das Sinn? Aber ja, gut, also ich meine, das ist ja dann auch die Krux so in Episode 4, dass Luke R2-D2 dann von diesem Bolzen befreit und der dann prompt abhaut, weil er halt Obi-Wan sucht. Und ja, hier ist es aber so, ich weiß nicht, empfängt Lola dann tatsächlich auch wirklich Befehle oder Impulse von Reva? Weil, wie gesagt, die wollten ja erst alles abriegeln. Und das tun die dann ja mithilfe des Druiden. Das würde dann ja heißen, dass Lola wirklich schon so eine Art Spion ist eigentlich. Und wirklich schon korrumpiert wurde und gezielt Befehle von Reva ausführt. Aber ja, das ist an der Stelle so ein bisschen schwammig geschrieben, finde ich. Ja, die Auflösung vor allen Dingen ist kinderleicht, aber dazu kommen wir später. Ja, gut, das ist ja auch ein Kinderspielzeug. Was für mich hier allerdings ein bisschen durchkam, bösartige Druiden und dann noch mit rotem Auge. Ich weiß nicht, habt ihr gesehen, wer bei der Folge am Drehbuch mitgeschrieben hat? Oh ja, ja. Jemand, der im Bereich Animation Geschichte geschrieben hat und im Bereich Live-Action bisher nur auf die Schnauze fiel. Deswegen ist es schön, hier mal ein Projekt zu sehen, das Live-Action ist und dass man nicht total in die Tonne kloppen kann mit seinem Namen drauf. Pixar-Meteran Andrew Stanton. Genau, richtig. Der Mann hinter findet Nemo, findet Dory und vor allem auch Wall-E und da hattest du ja auch so Druiden. Also da gab es ja zum Beispiel einen, der diese Pflanze wegschaffen wollte und du hattest auch dieses korrumpierte Steuerrad Otto auf der Axiom. Also da habe ich schon gewisse Parallelen gesehen. Auch, dass hier einmal ganz kurz dann später versucht wird, mit Netby in den emotionalen Momenten mit einer Maschine rüberzubringen. Das hat mich doch so ein bisschen daran denken lassen, beziehungsweise da kam so für mich die Handschrift durch an der Stelle. Ja, vor allen Dingen in den Live-Action-Projekten von ihm ist ja auch schon durchgesickert, was für ein riesen Star-Wars-Fan er ist. Es gibt ja in seinem Realfilm nicht Regie-Debüt, das war, glaube ich, John Carter auf Mars. Der zweite danach war ja Tomorrowland mit George Clooney. Nee, 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 das ist Brad Bird gewesen. Stimmt, das war Brad Bird. Stimmt. Nein, aber dann habe ich mich geirrt. Da gab es eine riesen Star-Wars-Anspielung, aber das war nicht Andrew Stanton. Ja gut, ich meine, Star-Wars-Anspielung, also die hast du ja schon in Toy Story 2. Ja. Das ist halt auch irgendwo Popkultur. Aber nee, das finde ich sehr schön, dass hier sein Name auftaucht. Und ich finde auch, man merkt, also das Drehbuch hier ist tatsächlich von jemandem geschrieben. Also auch wenn Joby Harrod daran beteiligt war, das Drehbuch hier stammt von jemandem, der wirklich Drehbuch schreiben kann. Also halt auch diese Gegenschnitte mit der Rückblende zwischen Anakin und Obi-Wan. Wobei ich finde, die hätte man so ein bisschen geschickter einstreuen können, die Rückblenden. Die sind so ein bisschen, ja, einfach reingeschnitten eigentlich fast. So zumindest vom Pacing, ja. Das gefiel mir nicht ganz so gut leider. Nee, aber es ist schön, was man noch erwähnen kann zu Andrew Stanton. Der hat sich ja mittlerweile so ein bisschen in den TV-Bereich verkrochen. Der hat ja unter anderem auch mal eine Folge Better Call Saul inszeniert, die sogar relativ rabiat war. Ja, also Lola schafft es, den Bereich abzuriegeln. Und dann meinen sie ja, die Steuerung reagiert nicht und dass Vader jetzt kommt und uns alle umbringt. Obi-Wan kennt Vader aber besser und meint, für eine Belagerung fehlt ihm die Geduld. Und da haben wir dann auch wieder halt die Überleitung zu diesem Kampf von vor, ja, ich weiß nicht, 20 Jahren, schätze ich mal, wo eben Anakin und Obi-Wan im Training gegeneinander antreten. Ja, da spiegelt sich dann eben das wieder, was wir dann eigentlich hier sehen. Beziehungsweise dieser Charakterzug von Vader, Schrägstrich Anakin, ist dann trotzdem erhalten geblieben. Nämlich, dass er wenig Geduld hat, dass er immer mit dem Kopf durch die Wand muss und dass er irgendwie auch, ja, dass er in dem Fall jetzt hier so versessen ist, darauf Obi-Wan zu besiegen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, dass er das drumherum so ein bisschen nicht wahrnimmt, ne? Ja, das ist sehr schön, dass man diese ganze Rückblendensequenz über die komplette Episode verteilt und immer wieder darauf Bezug nimmt, um eben auch das zu untermauern, was die Charaktere wissen und was wir schon längst wissen. Denn man hätte eigentlich im Prinzip hier das machen können, was man am Anfang der allerersten Episode getan hatte, nämlich wieder eine Prequel-Clip-Show abliefern. Aber das wäre zu blöd und auch zu billig gewesen, das noch mal zu bringen. Dass man ... Ja. Man hätte jetzt hier einfach die Szene mit einfließen können, wo die vor Count Dooku stehen und sagen, wir greifen ihn gemeinsam an. Nein, ich greife ihn jetzt an. Aber dass man eben eine neue Sequenz hat, auf die man Bezug nehmen kann, sehr schön. Ja, an die Stelle musste ich tatsächlich auch denken mit Count Dooku. Ich möchte mal kurz mal auf die Zeiten an der Jahre zurückspringen. Also, wer Fan ist von Star Wars und vielleicht das Star Wars-Fact-File kennt, ich weiß nicht, ob ihr da drin seid, es gibt ja eine richtige Zeitlinie bei Star Wars, die auf Jahre hin genau gemessen wird, wann, was, wo passiert. Und alles wird gemessen, wie auch in unserer Zeit, sei es jetzt vor Christus, nach Christus, so ist die Schlacht von Javin, also Star Wars in der Mitte 4, der Nullpunkt. Alles wird gemessen vor der Schlacht von Javin und nach der Schlacht von Javin. Und wenn man jetzt mal zurückrechnet, 32 Jahre vor der Schlacht von Javin findet die Zeit statt von Episode 1, das heißt, wo Anakin ein kleines Kind war. Springen wir dann weiter zu Episode 2, zehn Jahre später sind wir bei 22 vor der Schlacht von Javin. Und dann Episode 3, bei den Klonkriegen, sind wir bei 20 Jahre vor der Schlacht von Javin. Wenn wir dann sehen, bei dem Anfang von Kenobi, das spielt ja dann zehn Jahre später, also sind wir quasi exakt zehn Jahre vor der Schlacht von Javin. Also würde jetzt vermuten, dass dieser Laserschwertkampf ist, wo wir nicht wissen, war das nun vor Episode 2, nach Episode 2? Würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass das so zwischen vor zehn und 15 Jahren irgendwo war. Weil da war er doch schon ein gestandener Mann, also er war kein kleiner Teenager mehr mit 12, 13 Jahren, sondern da war er schon ein erwachsener großer Mann, ähnlich wie in Episode 2. Also würde ich jetzt einfach mal rechnen, dass es so ungefähr zehn, zwölf Jahre her ist. Ja, da ist tatsächlich dann auch etwas, was für mich nicht so ganz passt, weil wir sehen ja hier den noch als Padawan. Und was aber viele immer durcheinander schmeißen, weil also viele denken anscheinend, dass man dann vom Padawan dann irgendwann zum vollwertigen Jedi-Meister gibt, aber dazwischen gibt es ja noch die Stufe Jedi-Ritter. Und Obi-Wan ist ja Jedi-Ritter tatsächlich in Episode 2, während er dann in Episode 3 im Jedi-Rat sitzt und dadurch zu einem Meister geworden ist. Und Anakin ist hier ja noch ein Padawan, aber dann in Episode 3, das sieht man ja auch an seiner Frisur, da hat er dann halt nicht mehr diesen Padawan-Zopf. Da ist er ein Jedi-Ritter und hat auch deutlich, also zum Beispiel da, als sie da auf General Grievous treffen, da ist er eigentlich ziemlich geduldig. Also da macht er dann auch mal diesen Kommentar, als Grievous ihn irgendwie provozieren will da auf der Brücke, sagt er so, ja, also General Grievous, irgendwie seid ihr kleiner als ich erwarte, da wurde irgendwie seid ihr kleiner als ich euch in Erinnerung habe. Also diese lässige Ruhe, die auch Obi-Wan ausstrahlt, hat er da eigentlich schon. Andererseits kannst du natürlich sagen, dass durch die Verwandlung in Vader so Charakterzüge von ihm negative natürlich vielleicht auch verstärkt werden oder wieder zurückkamen. Aber ihn jetzt als Padawan zu zeigen und das so ein bisschen gegenüberzuschneiden, ohne halt mit seiner Entwicklung aus Episode 3 da so ein bisschen oder wie er halt in Episode 3 dargestellt wurde zu kokettieren, fand ich so ein bisschen komisch. Ja. Finde ich nicht. Also ich finde, Anakin wird ja immer wieder gezeigt, auch bei Episode 2, Episode 3, dass er immer stur ist. Er ist immer stur, immer mit dem Kopf durch die Wand und das hat sich ja nie wirklich groß geändert. Er ist vielleicht ein bisschen älter geworden, vielleicht ein bisschen weiser, ein bisschen ruhiger, weil er halt auch Jedi-Ritter werden wollte. Vielleicht hat er sich auch einfach nur angepasst, damit er endlich den Rang des Jedi-Ritters hat und nicht mehr als Padawan bezeichnet wird. Weil er hat es ja gehasst, immer als Padawan bezeichnet zu werden. Er wollte ja sagen, ich bin kein Schüler mehr, ich bin kein Kind mehr, so wie so ein trotziges kleines Kind. Ich bin erwachsen. Und das passt ja eigentlich ganz gut, wie ich finde. Also da sieht man noch diese Schwelle von, ja, ich will erwachsen sein, aber er ist noch nicht so weit. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, da spielt vielleicht auch ein bisschen Ahsoka rein, für die er ja dann auch zum Meister wurde in Clone Wars. Ja, aber es passt, dass man die Rückblenden so weit hinten ansiedelt und ihm nicht als Ritter zeigt. Weil was ist letzten Endes der Downfall des Anakin Skywalkers gewesen? Dass er bestimmte von diesen negativen Charakterzügen niemals vollständig ablegen konnte. Ganz egal, wie mächtig er wurde, ganz egal, wie sehr er an Reife dazugewonnen hat. Da war immer diese Hitzköpfigkeit, da war immer dieses Verlangen nach mehr. Und das hat eben zu dem geführt, was wir jetzt hier sehen. Ja, stimmt, stimmt schon irgendwo. Wenn man auch überlegt, es gibt auch viele Szenen in Clone Wars, wo er also ganz klar auch gegen den Jedi-Kodex verstößt. Also da ist zum Beispiel, wo sie mal einen Informanten befragen und ihm reißt dann wirklich die Geduld und er fängt fast schon an, ihn zu foltern. Und das geht halt für Jedi gar nicht, ne? Ja. Ja, okay, unter dem Gesichtspunkt passt das schon irgendwie. Und ja, ja gut, wie gesagt, so gewisse Charakterzüge hat der nie abgelegt. Und ich denke mal, dass das Dasein als Vader das dann eher noch verstärkt hat, ne? Ja, und er befiehlt tatsächlich dann einen Bodenangriff. Der erfolgt dann auch sehr, sehr schnell. Die sind besser ausgebildet, besser bewaffnet. Und Obi-Wan meint dann, wenn wir ihn uns stellen, dann sind wir unterlegen. Und dass sie sie eher lange genug hinhalten müssen, um alle zu evakuieren. Und er fragt dann Roken, wie lange sie brauchen, wohl diese Tore zu entriegeln. Und dass das tatsächlich mehrere Stunden dauern würde. Was so ein bisschen komisch ist, oder? Drei, vier Stunden. Scotty, wie lange wird die Reparatur dauern? Vier Stunden, auch für dich mach ich's in einer. Ja. Da muss ich auch denken tatsächlich. Naja, jedenfalls einigen sie sich darauf, beziehungsweise schlägt Obi-Wan vor, dass sie alle Eingänge blockieren und dann die so lange hinhalten, bis alle evakuiert sind und sie längst fort. Ja, das machen sie dann auch. Ja, dann sieht man auch unter anderem diesen Netby halt irgendwie einen Zugang verschließen und dann so einen anderen Ruinen den verschweißen. Und man sieht ja auch sehr schön, dass hier nicht nur Menschen anwesend sind. Hier laufen einige Alien-Spezies tatsächlich rum. Das fand ich sehr schön. Dann landen die ersten Transporter schon auf dem Planeten und wir kriegen eine ganze Menge Stormtrooper zu sehen. Also ich glaube, hier sind mehr anwesend als jemals auf der Basis in Folge 4, ne? Mehr Stormtrooper bei diesem einen Einsatz als auf so einer kompletten Basis. Das ist eigentlich auch mehr, als wir in den Gängen des Todessterns gesehen haben. Komisch. Die haben komische Prioritäten. Ja. Nur imperiale Kampftruppen schießen, so präzise. Oh ja, genau. Ja, die ist immer so präzise immer daneben. Ja, aber diesbezüglich kommt, da freue ich mich drauf, darüber zu reden. Diesbezüglich kriegen wir ja in dieser Episode ein kleines Wunder zu sehen, finde ich. Ja, ja, ja. Dann marschiert Reaver natürlich an, die jetzt die Großinquisitorin ist und auch das Hauptkommando hat. Und sie versuchen dann mehr oder weniger dieses Tor aufzusprengen mit so einem, ja, mit so einem großen Geschütz einfach, ne? Was sie mitgebracht haben oder aufgestellt haben. Und dann kriegen die halt mit, ja, dass die schwere Geschütze haben tatsächlich, dass es nicht so einfach ist abzuhauen. Und dann wird auch noch das Tor über denen geschlossen, dass sie jetzt praktisch gar nicht raus können. Und es gibt nur eine Möglichkeit, dass jemand nach oben klettert und dieses Kontrollpult oder was auch immer diesen Mechanismus außer Kontrolle setzt, sodass sie eben nach oben hin entfliehen können mit den Speedern. Ja, und dann meint Roken, ich weiß gar nicht, ich glaube, er sagt das oder irgendjemand anders, dass sie einfach nicht die Möglichkeit haben, da ranzukommen, weil keiner klein genug ist, um in die Lüftungsschächte zu kriechen. Und wir haben aber doch jemanden, der klein beziehungsweise groß genug ist, da reinzupassen. Und wer ist das natürlich? Bruce Willis. Bruce Willis, genau. Ich war ungefähr genauso groß, der Schaft. Entschuldigung. Dann macht das Leben noch Spaß. Ja. Ja, ich stelle mir gerade so Leia vor mit so einer kleinen Lola als Taschenlampe und dann so einem Feinripp-Unterhemd. Kommen Sie nach Germany. Ja, da macht das Leben doch Spaß. Ja. Kommt zum Imperium. Mit einem Sippo. Macht es Spaß, sagten Sie. Ja, ja. Ey, das ist mittlerweile auch ja Disney-Property. Also, ein Verweis in die Richtung könnte ich mir sogar vorstellen. Aber nicht hier, nicht hier. Nee, 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 hier wirklich nicht. Nein, es ist ... Ja. Aber auf jeden Fall, ja, Leia ist so ein bisschen so eine Plot-Device, ne? Ja, es ist auf alle Fälle ein sehr offensichtlicher Drehbuchkniff, der hier angewendet wird. Weil da hat man sich beim Schreiben gedacht, wenn wir Leia das dann nicht machen lassen, dann hat sie in der Episode praktisch gar nichts zu tun. Also, schreibt irgendwas da rein, woran sie rumfummeln kann, was sie reparieren oder machen kann. Genau. Und ja, aber ach, ich fand's okay. Immerhin geben sie da überhaupt was zu tun, ne? Also ... Ja, eben. Das war der Gedanke. Ja, ja. Also, bei schlechter geschriebenen Drehbüchern hätte die einfach nur in der Gegend rumgestanden und hätte irgendwie staunt rumgeguckt oder was auch immer. Also, fand ich hier ganz okay. Es ist jetzt nicht, wer weiß, wie elegant, aber es ist funktional und effektiv, ne? Man könnte auch behaupten, Prinzessin Leia wird in dieser Szene zur Drahtzieherin der Rebellen. Oh. Zur Drahtzieherin, oh. Das war jetzt fun intended. Ja, ja. Es geht mir Mühe. Also, Roken ist, glaub ich, sehr skeptisch, dass sie das machen will. Und dann meint, ja, also, komm, jetzt ist keine Zeit zum Spielen, Prinzessin. Und dann sagt Obi-Wan, ja, du vertraust ihr, dann vertraue ... Äh, du vertraust mir, dann vertraue ihr, weil ich vertraue ihr. Ja. Und wer da jetzt durchgeblickt hat, herzlichen Glückwunsch. Ja, sie klettert eben da hoch. Obi-Wan meint noch, dass sie vorsichtig sein soll. Und dann steht ja noch Kumail Nanjani da rum. Und Obi-Wan meint, dass er auf die Acht geben könne. Und der meint dann, ja, ich bin kein Babysitter. Also, pff, was interessiert mich das? Und also ein bisschen, ja, gut, Kumail Nanjani muss halt auch noch mal was sagen. Aber, ja. Was wieder mal unterstreicht, wie furchtbar überflüssig ich diese Figur finde. Und ich finde sie auch nicht komisch oder charmant. Aber okay, ich hoffe, das war's dann jetzt endgültig mit ihm. Ist doch ein bisschen komisch. Hast du in Folge 2 nicht was anderes gesagt zu dem? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Echt? Dass du den, also, dass du den es nervig fandst, hast du, glaube ich, nie gesagt. Nein, nicht nervig. Aber ich finde ihn auch nicht so gut da besetzt. Und, ja. Bitte hier das Zitat reinschneiden. Ja, bitte hier das Zitat reinschneiden. Mich bloß stellen, a la Red Letter Media. Okay, ja, werden wir im Schnitt sehen. Leia kriegt in diesen Lüftungsschacht, ohne Feuerzeug und ohne Feintripunterhemd. Und währenddessen bekommt Obi-Wan, während er mit Haja spricht, eine Message, die anscheinend auf seinem AB hinterlassen wurde. Also halt so ein, ja, ich weiß nicht, Comlink, aber auf jeden Fall so ein Empfänger, den wir auch schon in den älteren Filmen einfach gesehen haben, ne? Ja, das ist der gleiche, der auch klingelt, als Morgana auf Tatooine anruft, um Ben Kenobi um Hilfe zu bitten. Ja. Das ist genau dieser gleiche. Das ist ja, ja, eigentlich wie so ein Smartphone, nur mit weniger Funktionen und aber immer ein Hologramm. Und während Leia dann in den Lüftungsschacht kriecht, zieht sich Obi-Wan so eine kleine Ecke zurück und sieht erstmal, ja, dass er tatsächlich eine Nachricht verpasst hat von Bail Organa, der sich so langsam Gedanken macht, wo denn seine Tochter abgeblieben ist und es als sehr, 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 sehr schlechtes Omen deutet, dass er von beiden nichts hört, weder von Leia noch von Obi-Wan. Und dass er sagt, wenn die sie gefunden haben und gefangen genommen haben, dann wird er sich bald auf den Weg nach Tatooine machen, um zumindest Luke, der ja bekanntlich auf der Feuchtfarm von Owen und Beru Lars weilt, beizustehen. Was auch immer genau das bedeuten soll. Will er ihn zu sich holen? Will er ein neues Kind adoptieren? Will er die Farm von Owen Lars in eine Festung verwandeln und mit Waffen ausstatten? Ich hab den Sinn dahinter nicht verstanden. Ja, wir kriegen so eine Home-Invasion-Teil wahrscheinlich in der sechsten Folge. Auf Tatooine. Oh ja, Star Wars goes the Purge. Oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Aber dann nicht mit Vader mit dieser scheiß Maske, bitte lassen Sie uns säubern. Nein. Ja, das deutet natürlich dann schon darauf hin, dass wir, ja, ich weiß nicht, habt ihr an dem Punkt schon gedacht, dass noch irgendwas mit Luke kommen könnte? Oder meintet ihr, das wäre nur so eine Randnotiz? Das kommt in Staffel 2. Ja, also die Gerüchte verdichten sich ja. Und wo soll man sonst hingehen, wenn es eine zweite Staffel gibt? Du hast ja selber auch letzte Woche gesagt, der Erfolg der Premiere hat bei Disney dazu geführt, dass man ja eventuell Sachen umschneidet in den letzten Episoden. Ja, ja. Schwank aus ihrer Vergangenheit. Nämlich, dass sie wohl mal auf einem anderen Planeten war namens Garel. Ich kannte den Namen jetzt tatsächlich nicht, aber ich glaube, ihr googelt auch so die Planetennamen nicht. Ich weiß nicht. Kenny, du meintest doch, du bist ein bisschen in der Lore drin, aber in der Yetipedia stöberst du da, glaube ich, nicht, oder? Doch, doch, auch. Ja, ja. Weil vieles, was in den Fact-Files drin stand, wurde dann quasi auch in die Yetipedia eingeschrieben oder ergänzt. Also das ist halt auch Lore. Alles, was in diesem Fact-File drinsteht unter dem Yetipedia, wurde aus irgendwelchen offiziellen Lore-Sachen quasi entnommen und da reingestrieben. Ja. Natürlich, es gibt so viele Planeten. Manche kommen in irgendwelchen Büchern vor, manche nur in Comics, manche nur in Rebels. Dann hast du andere, die kommen auch im Hauptkanon vor und in Episoden. Alle Planeten kenne ich auch nicht mehr. Also ich habe doch so eine kleine Galaxie-Karte von Star Wars, wo alle möglichen Planeten drin sind. Dann siehst du auch, wo Tatooine ist, also wo das Outer Rim ist, wo Coruscant ist und die anderen Planeten. Aber ich glaube, auch da sind nicht alle drauf und einige wurden auch später einfach noch hinzugedichtet. Ja, Garell ist, glaube ich, ein Planet, wo Jyn Erso, glaube ich, auch war, wie das hier steht, in Rogue One. Ich kann mich da echt nicht mehr genau dran erinnern. Die waren auf so vielen Planeten in Rogue One. Ja, das ist das Problem. Da kann ich mich da schon auch dran erinnern. Ja, der hoppt ja wirklich am Anfang, in der ersten halben Stunde, wirklich von einem Schauplatz zum nächsten. Also das ist auch so ein bisschen Staccato-artig erzählt. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich behaupten, dass sogar auf so vielen Planeten Porträten stattfinden. Also Porträten gibt's ja nicht bloß auf Tatooine, sondern auf vielen anderen Planeten. Da gibt's ja viele Portrenner, also Fahrer von verschiedenen Planeten und überall finden die ja statt, wie Formel 1, ne? Fliegen ja durch die ganze Welt mit den Dingern. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass eine Welt davon Garell sein könnte. Aber das ist jetzt nur vermutet. Also hier für mich aus der Jedipedia geht halt nur hervor, dass Garell zum selben Sektor gehört oder zum Lothal-Sektor. Lothal ist der Planet, den man vor allem aus Rebels kennt. Der ist da komplett neu zuerfunden worden und so ein bisschen so das Handlungszentrum für die Figuren in Rebels. Da kommt auch die Hauptfigur Ezra Bridger her. Und jedenfalls erzählt ihm Thala davon, dass sie dort stationiert war und da einfach nur Befehle befolgt hat. Und dann bei einem Vorfall dabei war, der vom Imperium verkauft wurde als eine Art Razzia gegen die, die sich eben nicht am Gemeinwohl beteiligen wollten. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar mal ähnlich getickt hat wie dieser Frack, den wir ja in der dritten Folge, glaube ich, kennengelernt haben. So nach dem Motto, ja, also gegen ein bisschen Ordnung kann ja keiner was sagen. Und dann hat sie aber irgendwann doch gemerkt, dass das Imperium da viel verschleiert und dass da Leute zusammengerottet wurden, die machtsensitiv waren und vernichtet wurden. Und das fand ich tatsächlich eine ganz schöne Szene, weil das hat den Thala-Charakter auch nochmal ein bisschen bereichert. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, aber so wahnsinnig viel haben wir dann ja nicht mehr von ihrer Figur, ne? Ja, aber sie haben, finde ich, dem Charakter genügend Fleisch auf die Rippen gegeben, damit ihr Schicksal einen dann hinterher auch schon berührt. Also was dann daraufhin mit ihr folgt, ist großartig inszeniert. Es hypt die Dramatik auch ordentlich ab, dass da auch der emotionale Impact stattfindet. Also ich finde dann ihren späteren Abgang, finde ich, sehr gut inszeniert. Ja, der war mir vielleicht ein bisschen von der Musik her zu pathetisch, aber da kommen wir gleich zu. Was ich hier noch ganz schön fand, sie erwähnt ja tatsächlich, dass sie irgendwie in ihrem Blaster oder was auch immer jedes Mal eine Kerbe macht für jede gerettete Person. Und ich muss dazu sagen, ich habe so insbesondere seit dem Aufeinandertreffen zwischen Riva und ihr, was auch in dieser Folge eigentlich nochmal eine ganz andere Ebene bekommt, weil man nämlich merkt, dass beide eigentlich ja irgendwie so das Pendant zum jeweils anderen sind. Ich habe tatsächlich seit der Szene gedacht, ist sie vielleicht doch irgendwie eine Doppel- oder Dreifach-Agentin oder schlag mich tot. Ich kann dir garantieren, seit Indiana Jones und The Kingdom of the Crystal Skull hat nie wieder jemand darüber nachgedacht, einen Dreifach-Agentin in ein Skript zu schreiben. Ja, das war auch scheiße. Da konnte Ray Winstone auch nichts für. Ich weiß nicht, Kenny, wie findest du denn die Thaler-Figur? Ich finde sie sehr interessant. Ich finde es ganz cool, zu zeigen, wie eine Frau sich im Imperium quasi durchsetzt als Offizierin, dass auch Leute wirklich so Respekt vor ihr haben. Aber bei der Eins-Szene in Episode 4, wo die in dieser Festung waren, musste doch Thaler sich vor Riva rechtfertigen, warum sie denn alles so macht, warum sie es denn so macht, wo sie so gesagt hat, ja, ich bin eine Doppel-Agentin. Und da wusste ich halt nicht, okay, ist sie vielleicht immer noch eine Doppel-Agentin von Ben Kenobi zu verarschen, ne? Genau. Ich wusste nicht, kann man da nur vertrauen oder nicht? Ich war nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, ist sie eine der Guten oder nicht? Das musst du erst mal schaffen, dass dein Charakter so verwirrt ist, dass du nicht hinterherkommst. Ja, die Folge war an der Stelle auch echt gut geschrieben, weil Christopher, du hast ja schon gut gesagt, dass sie aus Thalas Bullshit-Story oder sie da förmlich zu bringen, dass das daraus ein Verhör wird, ne? Ja. Das war gar nicht schlecht geschrieben an der Stelle. Aber noch ein kleiner Gag, bei diesem Kerben da mit dem Blaster, ne, ist sie quasi nicht Killmonger, sondern sie ist Savemonger. Aber man merkt auch, dass, oh nein, bitte nicht Black Panther. Ganz Wunderpunkt. Man merkt auch, dass das, was Thala eben antreibt, ne, also, dass sie das Gefühl hat, dass sie was tun muss gegen die Ungerechtigkeit, die sie da halt zu Gesicht kriegt, insbesondere halt bei diesem Erlebnis, von dem sie erzählt, und dass man für Veränderungen eben kämpfen muss. Fand ich eine schöne Szene. Tja, dann, äh, ist wahrscheinlich auch das so der Punkt dafür, dass Obi-Wan so langsam registriert, dass es hier gar nicht so wirklich um, um diese Bevölkerung geht, sondern dass Vader ja eigentlich nur ihn haben will, ne? Und die haben da nicht so wirklich, also, äh, da fragt er nur Ralken so langsam nach einem Plan B und dann schlägt Obi-Wan vor, dass er mit der Inquisitorin, also Riva, Gespräch führte, weil er merkte, mit der hat alles angefangen und die will er dann jetzt irgendwie hinhalten. Das hatte für mich auch so ein bisschen was vom, ja, vom dritten Hobbit-Film irgendwie, ne? Nur irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, im dritten Hobbit, wenn ihr euch da erinnert, da, da geht auch im Vitorin Eichenschild an so eine Steinwand und da ist dann so ein Loch und dadurch können er und, und Bart der Bogenschütze dann sprechen. Stimmt, ja. Ich erinnere mich vage. Ja, äh, den dritten Hobbit hat man auch eher so ein bisschen vergessen. Naja, Obi-Wan versucht es jedenfalls diplomatisch und, ähm, die haben eigentlich auf beiden Seiten dieser Sicherheitstür mehr oder weniger die Waffen aufeinander gerichtet, also wohl die Stormtrooper als auch die Geflüchteten. Und Riva erklärt sich dann aber bereit durch so einen kleinen Spalt, der ja, glaube ich, entstanden ist, schon in der Tür mit Obi-Wan zu sprechen. Und, äh, die merkt halt, ja, er will halt in erster Linie versuchen, hier Zeit zu schinden und meint, dass das nicht funktionieren wird und, äh, dass Vader, äh, Obi-Wan auch auf jeden Fall in die Finger kriegen will. Und ja, hier muss man sich dann jetzt schon fragen, und ich find's sehr gut, dass sie's hier aufgelöst haben, äh, man hat sich ja schon irgendwo so immer mal wieder die Frage gestellt, warum ist Riva eigentlich so hart darauf versessen, Obi-Wan in die Finger zu bekommen? Ja. Wie habt ihr das denn für euch bisher so verstanden vorher? Ja, ich hab genau wie alle anderen wohl eben auf eine Auflösung gewartet und zum Glück bekommen wir ja hier eine, ähm, Riva-Lation. Oh. Du wirst nicht der Einzige kennen. Ja, gib mir mehr. Ja. Ja. Nein, also, intensivere Gedanken über ihre Motive hab ich mir nicht gemacht, ich hab einfach gedacht, das kommt organisch zu einem, kam es ja dann auch. Und, ähm, die Auflösung an sich hat mir ja ausgesprochen gut gefallen, vor allen Dingen auch wie Obi-Wan das Stück für Stück aufdröselt quasi. Woher kanntest du ihn? Du konntest ihn dann noch nicht gekannt haben, aber du bist mit der Macht vertraut, mhm. Und dass Riva so wirklich so quasi PTSD bekommt, ohne dass wir es sehen und sagt, hör auf, hör auf, hör auf, so dass alles einfach nicht hören will, das hat dem Charakter dann auch noch einfach ein bisschen mehr gegeben, ein bisschen mehr Komplexität. Äh, ja, also mir ging's ja die ganze Serie über so, dass mir Riva mega auf den Sack ging, ich hab sie gehasst. Sie war so, sie war so bockig und stur, ich glaub mir so, was ist, was ist mit ihr? Was hat die denn nur? So, was treibt die an? So, was ist, Mann, red doch mal, Vibe. Und, und, und da hast du endlich die Auflösung so, ach ja, klar, natürlich. Und das ist endlich diese befreiende Offenbarung, wo du denkst so, endlich ergibt es Sinn? Ja, natürlich, sie muss so sein, um's so hinzukriegen und, und, um das zu erreichen, was sie erreichen will. Und da ergibt das alles Sinn. Das ergibt dann alles Sinn. Ja, vor allem ergibt es auch Sinn, also, ich mein, du bist ja nicht alleine, äh, gewesen. Also, es gibt ja, gab ja viel Kritik an Moses Ingram, jetzt auch abseits von rassistischen Anfeindungen, die halt völliger Schwachsinn waren. Aber es gab halt auch Kritik an ihrem Schauspiel. Und da muss man jetzt hier ganz ehrlich sagen, dass man da jetzt echt mal noch mal eine Lanze für Moses Ingram brechen kann. Auf jeden. Weil man, man versteht es nämlich jetzt endgültig, dass sie ja letzten Endes jemanden spielt, der eine Rolle spielt. Ja. Und es hat mich hier, ich weiß nicht, Christopher, äh, Kenny, du hast sie ja nicht gesehen, aber bei der zweiten Staffel Westworld wurde ja Tessa Thompson eine ganze Zeit lang was Ähnliches vorgeworfen, wenn du dich erinnerst. An die Vorwürfe erinnere ich mich nicht mehr so genau. Oder haben manche gesagt, sie wär zu unterkühlt? Oder was war das? Nee, nee, sie würde einfach schlecht spielen. Tessa Thompson, äh, die man zum Beispiel auch aus den, aus dem Marvel-Film jetzt kennt, aus den, äh, neuen Thor-Filmen, den letzten, dass die, äh, schlecht spielt. Und dabei ist es ja so, also, ohne jetzt hier Westworld zu spoilern, aber da ist sie ja auch nicht die, die sie vorgibt zu sein. Und das ist hier so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich, weil man merkt dann wirklich, dass Moses Ingram diese, diese ganze Attitüde, das, das ist auch so schön in dieser Szene, die fährt so nach und nach diese Stoische in ihrem Spiel herunter. Das finde ich, finde ich ganz großartig. Und Obi-Wan merkt auch, dass sie dann emotional wirklich packen kann, weil ihm fällt halt auf, ja, also, du bist, du, hatten wir ja schon gesagt, ach, du, du bist zu jung, ihn gekannt zu haben, aber du kanntest seinen Namen auf Dayu. Und dann bekommen wir halt hier ein Reveal. Da muss man jetzt so sagen, den haben schon viele Fans vorhergesagt. Habt ihr es kommen sehen? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein. Ja. Also, ich, ich konnte es mir auch nicht so wirklich erklären, aber wenn man sich dann noch mal die allererste Folge ansieht, und das ist dann jetzt irgendwie auch so bezeichnend für diese Serie, weil, also, wir haben ja in der allerersten Folge, haben wir ja diese Rückblende in den Jedi-Tempel bei der Order 66 und das allererste, was man im Bild sieht, ist ein Jüngling, aber ein weiblicher Jüngling und das ist tatsächlich Reaver an der Stelle. Da kann man, das ist pure böswillige Absicht, damit man eben sagen kann, das war von Anfang an da und ihr habt es nicht gesehen, ja, komm, das ist aber auch ein Stretch, das darin erkennen zu können, aber okay, nicht schlecht. Ja, ich, ich muss auch sagen, äh, sie hätten es auch gerne noch mal hier, also, diese Aufnahme, wie sie da irgendwie trainiert mit den anderen, die hätte man auch ruhig noch mal hier reinschneiden können. Stattdessen hat man dann irgendwie nur, wie sie irgendwie als, als Kind, also, die junge Reaver, wie die irgendwie mit so einem entsetzten Gesicht vor, äh, Anakin dann wahrscheinlich steht, der sie irgendwie hinwegmetzeln will. Aber tatsächlich fängt das das hier auf, was ich in der letzten Folge als ziemlich klischeehaft empfand, dieses von wegen so, ja, also, ach, äh, mir wurde ja alles genommen und, und ich hab alles verloren und jadada und das, das, das fand ich halt sehr, sehr, äh, Stereotyp an der Stelle. Aber hier macht es dann tatsächlich Sinn und das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, also, mir ging es ja auf den Sack am Anfang, die waren mega nervig. Und dann in Episode 4 bei diesem, was ich sage, Interview, bei dem Vorhör, ähm, da, da hab ich schon gemerkt, okay, die, die kann richtig gut spielen. Also, ich hab sie gehasst, weil sie gut spielen kann. Nicht, weil sie eine schlechte Schauspielerin ist, sondern ich hab sie gehasst, weil der Charakter so scheiße war. Ja. So, dann war dieses Interview und da hatte sie plötzlich eine andere, eine andere Gefühlswelt. Und da gibt's plötzlich auch Sinn, dass wir ja auf der gleichen Seite sind und das Gleiche wollen. Das ist dann so eine Meta-Ebene, so, eigentlich hat sie nur das gehabt, was sie eigentlich wirklich denkt. Und hat's aber so gespielt, als ob sie spielen müsste. So, das ist so, brrrr. Mhm. Ne? Und dann wird die Szene an der Tür, wo Obi-Wan und Reva sich da unterhalten, das Spiel war großartig. Ja. Und da kann niemand mehr irgendwas Schlechtes über Moses Ingram sagen. Das war großartig gespielt, an der Stelle. Ja, dass die Dame spielen kann, das weiß man, glaub ich, seit, äh, äh, Queen's Gambit. Na, da hat man sie ja auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Netflix-Serie Dame Gambit? Nee, ich hab, äh, ich hab mal geguckt, was sie alles gespielt hat. Äh, äh, das, das Gambit hab ich nicht gesehen, ich hab auch Westworld nicht gesehen. Hab aber gesehen, dass sie in Ambulance mitspielt. Da hat sie bloß so eine kleine Rolle ganz am Anfang, dass es reicht nicht, um sie zu beurteilen. Okay. Von daher, ich hatte noch keine Erfahrung mit ihrem Spiel. Naja, sie erzählt dann eben, dass sie, dass sie dachte, er würde ihnen helfen, ne, weil was denkt man halt anderes, wenn je die Meister reinkommt. Und stattdessen fängt er an, ihre, ihre Kameraden niederzumetzeln. Sie meint dann, dass sie zu schwach war. Und, äh, dass sie sich dann totgestellt hat. Wobei ich mich dann jetzt so frage, ja, sie hat sich totgestellt, aber sie, also sie deutzt jetzt wahrscheinlich an, weil sie irgendwie meint, ich war zu schwach. Und wahrscheinlich, es kann sein, dass sie vielleicht irgendwie auch feige geflohen ist oder sowas und sich irgendwo versteckt hat. Aber auf der anderen Seite hätte man sich für Anakin irgendwo verstecken können. Jedenfalls hat sie sich dann wohl zwischen die Leichen gelegt. Und, oh, das ist wirklich, also wie sie dann erzählt, dass sie gespürt hat, wie die Leichen dann so langsam kalt wurden. Und hier wird auch noch mal was aufgegriffen, was wir auch schon in dem Dialog zwischen Obi-Wan und Leia hatten. Also, dass der Jedi-Orden wirklich eine Familie war und dass Reva wirklich da rausgerissen wurde in dem Moment. Na? Und sie halt wirklich jeden verloren hat, den sie kannte und der ihr wichtig war. Ja, was ich heftig fand an dieser Rückblende war, wir bekommen hier immer noch nicht voll und ganz, das sollte man auch nicht, das fände ich auch geschmacklos, aber wir bekommen hier in heftigen, schnellen Schnitten doch tatsächlich mal ein bisschen mehr davon zu sehen, wie Anakin mit den Jünglingen kurzen Prozess macht. Ja. Weil diese Szene in Die Rache der Sith, die hat immer schon ausgereicht. Einfach nur diese Andeutung, wenn dieser Junge da steht und sagt, Meister Skywalker, was sollen wir tun? Und er fährt das Lichtschwert aus und cut. Das war immer schon heftig. Aber hier siehst du ja wirklich, wie er ausholt, zuschlägt. Du siehst Jünglinge zu Boden gehen. Und das geht alles relativ fix, was ich auch gut finde. Das sollte man auch nicht weiter vertiefen. Aber hier und da, ich hätte nicht gedacht, dass die das noch mal zeigen in irgendeiner Form. Weil das ist nach wie vor mit das Heftigste, was Star Wars jemals gebracht hat und was man auch immer nur umreißt, aber niemals wirklich verdeutlicht aus verständlichen Gründen. Und dann hier einmal mehr noch unter Disney, so was. Also habe ich nicht mit gerechnet. Ja, und Obi-Wan hat hier dann irgendwann die kognitive Initialzündung und versteht, du dienst ihm gar nicht, sondern du jagst ihn. Und er meint dann, dass wir dasselbe wollen. Also er und Reva wollen dasselbe. Und dann meint Reva, ja wirklich, willst du ihn töten? Und darauf findet Obi-Wan nicht nur keine Antwort, sondern man merkt auch, warum Reva irgendwie, ja natürlich auch ein Rochus auf ihn hat, weil er halt nicht dort war und ihr helfen konnte. Und dass er natürlich auch, also dass Anakin ja sein ehemaliger Padawan ist, ne? Deswegen projiziert sie wahrscheinlich auch ein bisschen echten Hass oder auf jeden Fall Frustration auf ihn, ne? Und meint dann zu Obi-Wan, sie braucht seine Hilfe nicht. Und ja, man merkt, also Reva ist, glaube ich, so ein richtiger Charakter, die, also man merkt, die lebt schon für ihre Rache, spielt aber ein Stück weit auch ihre Rolle, aber ist natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt, dadurch, dass sie nur noch für ihre Rache lebt, natürlich doch letzten Endes in der dunklen Seite versunken? Oder wie beurteilt ihr das? Na, wie gesagt, es ergibt alles Sinn, es ist alles schlüssig. Und ich glaube, diese Brutalität und diesen Rückblätten, die wir da haben, soll das die Mittel zeigen, um genau zu verstehen, okay, deswegen ist Reva so, wie sie ist, deswegen hat sie diesen Hass. Und durch diese schrecklichen Taten, die sie gesehen hat, die Ärger vollzogen hat und sie ja nicht den persönlichen Bezug zu Vader hat oder zu Anakin, hat sie natürlich die Lust, ihn zu rächen, ihn zu töten. Obi-Wan hingegen war zeitweise ein Freund von Anakin, er hat ihn ja gekannt als Guten, als Kind hat er ihn schon gekannt und hat ihn quasi aufgezogen, hat ihm was beigebracht, er hat eine zu starke emotionale Bindung zu ihm, als dass er ihn töten könnte. Und da hast du quasi den Gegenspieler Reva, die eben nicht diese emotionale Sperre hat, ihn nicht töten zu können, sondern genau sie hat die Ambition zu sagen, ich muss ihn töten, dann ist es endlich vorbei. Und da kommen wir auf diesen Widerspruch. Sie zieht's durch, er traut sich's nicht. Und das ist gelungen. Ja, das stimmt. Nur ob sie komplett, die Frage, ob sie komplett in der dunklen Seite versunken ist deswegen, die kann man wohl erst vollständig nach der letzten Folge beantworten. Weil es deutet schon alles darauf an, dass sie diesem Charakter eine Wendung geben. Ich weiß nicht, ob man vorhat, sie noch mal einzusetzen. Ich meine, Disney plant ja da immer alles auf lange Sicht. Aber meine Einschätzung jetzt für das Finale nächste Woche ist, dass wir praktisch eine dramatische Wendung in letzter Sekunde bekommen. Irgendwas Ähnliches in der Richtung wie, Vader schnappt sich Palpatine und schmeißt ihn diesen Schacht runter. Mhm. Ja gut, kann man natürlich gespannt sein. Irgendeinen Cliffhanger brauchen wir halt. Genau. Ja, und dann, ja, wie gesagt, Reva ist der Ansicht, dass sie auf Obi-Wan nicht angewiesen ist und säbelt dann mit ihrem Lichtschwert die Tür auf, die sich öffnet und dann geht's los. Obi-Wan kann zwar natürlich noch sie mit einem Machtstoß zurückschleudern, aber die Tür ist eben offen und die Stormtrooper marschieren jetzt rein und shit hits the pan, wie es so schön heißt. Pew, 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 pew. Ja. Pew. Und wir bekommen endlich mal unter Deborah Chow und das Weck der Erinnerungen an die erste Staffel The Mandalorian, wir bekommen endlich mal richtig ordentliche Action in dieser Serie. Nee, vor allen Dingen eben das große Wunder, ganz genau. Das Wunder findet jetzt statt, Leute. They hit it. Mit viel Shaky Cam vor allem. Ja, aber wer auf der Couch sitzt, wenn ihr euch das anguckt, Leute, nehmt euch, oder wie im Auto, ihr braucht einen Anschnallgurt für diese Szenen. Ja, es wird echt viel shaken, Leute. Wer ein bisschen empfindet hier so Shaky Cam und so was, werft euch vielleicht eine Pille ein oder irgendein Medikament gegen Reisekrankheit oder so was, weil es wird echt shaky. Ja, oder werft euch eine Pille ein, damit es noch shakier wird. Ja, also ich fand's jetzt nicht so shaky, aber ich bin auch ein Fan des Jason-Born-Franchise. Ich bin da einiges gewohnt. Ja, Dieter. Aber, ja, man sieht, man, äh, ich fand's jedenfalls klasse, dass der Kampf relativ ausgewogen war. Stormtrooper gehen zu Boden, aber auch Leute gehen zu Boden. Und man sieht tatsächlich, Stormtrooper-Schüsse, die Menschen treffen und die zu Boden gehen. Ich war wirklich, wow. Das ist das Wahre Wunder. Ist das Star-Wars-Multiversum jetzt auch offen? Sind wir in einer alternativen Realität? Ja. Ich wiederhole mich, nur imperiale Starntruppen sind so präzise. Oh, ja. Das hätte ich eigentlich zum Zitat der Folge machen sollen, ja. Jedenfalls, die stoßen weiter vor. Also, es ist wirklich, wirklich eine gute Action-Szene, ne? Also, sie ist nicht zu chaotisch. Ja, sie ist ein bisschen shaky gedreht, finde ich, aber okay. Ey, ich glaub, dieser, ich weiß gar nicht, dieser Netbee schießt der auch? Ich meine, es gesehen zu haben. Auf jeden Fall müssen die sich halt nach und nach in diesen Tunnel zurückziehen. Ja, es wird natürlich enger, ne? Und, äh, Hajar, der doch irgendwie so, äh, Leia zumindest so in seiner Nähe hat. Und, äh, die versucht natürlich krampfig, dieses blöde Tor zu öffnen, beziehungsweise diesen, diesen Sicherheitsmechanismus außer Kraft zu setzen. Äh, Obi-Wan hat dann auch Thaler am Schlawittchen. Also, zieht die dann irgendwie mit sich. Dann wird's immer enger. Tatsächlich für die, die versuchen, den Tunnel zu versperren. Und man, ja doch, man sieht diesen Netbee ballern tatsächlich. Und Thaya wird dann aber zu Boden geschmissen. Und andere auch. Also, Obi-Wan versucht, also, man merkt hier, er ist wirklich bemüht, die Leute zu schützen und so viele wie möglich zu retten, ne? Das ist halt typisches Jedi-Verhalten, was da durchkommt. Fand ich sehr stark. Und irgendwann zückt er dann ja auch sein Lichtschwert, ne? Ja, da sah er fast schon wieder so aus wie Oldschool-Obi-Wan. Genau. Da sah er fast schon wieder so aus wie die Art und Weise, wie er gekämpft hat, wenn er das Lichtschwert rumwirbelt und Schüsse abwehrt. Das war schon wieder wie Episode 2 Obi-Wan auf Geonosis. Fand ich geil. Also, Tala wird tatsächlich dann, weil die erst irgendwie sehr voranprescht, sag ich mal, wird die dann getroffen. Obi-Wan versucht, zu ihr zu gelangen. Die liegt aber am Boden. Und man merkt, ja, die ist relativ getroffen. Dieser Netbee beugt sich dann über sie und schirmt dann die Blastergeschosse von ihr ab. Sodass die nicht noch mehr getroffen wird und bricht dann aber irgendwann zusammen. Und das war, ach ja, das war eigentlich auch ein ganz schöner Moment, fand ich. Ist halt wieder so ... Für mich kommt da ein bisschen Andrew Stanton durch, wie gesagt. Nur halt ohne Robotacus. Es hätte aber jetzt nicht gefehlt. Wenn der Druid jetzt noch eine Träne vergossen hätte, wäre die Szene quasi komplett gewesen. Ja. Das fand ich zu emotional. Ich meine, es ist ein Druide, der setzt sich da über sie, als ob es ihr Göttergatte ist, der sie schon 20 Jahre beschützt. Komm schon. Ja, es ist halt ihr Schutzschild an der Stelle. Ja, vor allen Dingen, wir sind doch zumindest emotional intensive Beziehungen zwischen Menschen und Druiden in diesem Franchise auch irgendwo gewohnt. Ich meine, man kann auch deutlich übers Ziel hinausschießen. Ich sage nur Solo, Lando Calrissian und seine Druiden-Freundin, die mal platonisch sind, mal nicht. Aber ansonsten sind wir es ja gewohnt, wenn da intensive Gefühle entstehen, Luke und R2 und so weiter. Von daher, das fand ich okay. Wie gesagt, ich fand die ganze Szene als Abgang für sie sehr gut inszeniert. Ich fand die auch sehr gut. Ich fand sie nur von der Musik von Natalie Holt ein bisschen schmalzig tatsächlich. Also, es war schon ein toller Moment. Und man merkt auch, Obi-Wan liegt mittlerweile was an Tala. Und die opfert sich dann, indem sie sagt, geh und was hat sie in der Hand? Ein Thermaldetonator, den wir ja kennen aus Episode 6. Und wir wissen, was passiert, wenn er hochgeht. Und Indira Farmer darf, bevor sie aus der Serie scheidet, natürlich sagen, möge die Macht mit dir sein. Ja! Ich nehme an, das wollte sie unbedingt machen. Amen. Ja, komm, also, erst mal ehrlich, jemand, der in Star Wars mitspielt und nicht diesen Satz sagen darf. Das ist ja, weiß ich nicht. Ganz bald eine Klage einreichen. Ja. Was immer wieder auch, ja, was auch immer wieder bestimmte Fragen aufwirft. In einer Zeit, in der die Jedi schon längst ausgestorben sind, sagen das manche Menschen immer noch zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Aber gut, sind wohl die altmodisch Gesinnten. Genau. Ja, so die klassischen. Ja, dann geht dieser Thermaldetonator hoch. Die Tür schließt sich hinter Obi-Wan. Und sie sind erst mal zumindest ein wenig abgeschottet. Wo ich mich dann jetzt allerdings auch frage, wie kommen sie jetzt an das Kind ran? Weil, ist die jetzt mit eingesperrt? Leia, ist die Frage. Aber die hängt ja oben anscheinend in diesem Mechanismus, ne? Ich weiß es auch nicht. Das war ein bisschen komisch, oder? Nein, sie ist ja in der großen Halle quasi in diesem Lüftungsschacht. Äh, a.k.a. Nagatomi Plaza. Und, ähm, das ist das, wo die Tür ist quasi, da ist ja noch nicht dieser Hangar. Sondern der Hangar ist ja quasi dahinter. Das heißt, sie ist quasi mit Obi-Wan und den anderen quasi zusammen noch eingesperrt. Na gut, stimmt. Stimmt das zu Recht. Aber ich möchte mal zurück, also, die Action-Szenen sind echt gut gemacht. Richtig Action, es wird geballert, es explodieren Sachen großartig. Plastik Star Wars. Ja, und wenn geschossen wird, wenn sowas, wenn die Kamera da rumshakt und sowas, alles schön. Wenn aber dann kurze Szenen dabei sind, wo Leute sich unterhalten, oder wo sie zum Beispiel zu ihm guckt, sagt, Möge, die macht mit dir sein. Und die Kamera trotzdem diesen Shake macht, als ob da gerade ein Erdbeben ist. Das ist too much, Leute. Ihr müsst, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr nicht die Kamera ein bisschen stillhalten könnt. Ein bisschen. Ich meine, da gibt's ja auch Cuts zu anderen Stellen, wo plötzlich gar nichts mehr sich bewegt. Da hält die Kamera still. Und dann hast du wieder das Szenen, wo Leute sich unterhalten. Und dann wird die Kamera gewackelt und gewackelt. Dass es sich kein Morgen mehr gibt. Keine Ahnung, das nervt mich. Das ging mir auch schon in der ersten Episode in der Nachtszene, wo Obi-Wan auf diesen anderen Jedi da in der Wüste trifft, wo er sagt, ja, ich kenn dich nicht, bin ich Obi-Wan. Das sind zwei Typen der Wüste allein. Die Kamera wackelt und shaky und shaky. Mann, Leute, was ist los? Das geht mir mega auf den Zeiger. In solchen ruhigen Szenen. In der Action-Szenen, ja, bitte, mach doch, klar. Aber nicht in solchen ruhigen Szenen, denn die Kamera fliegt direkt. Würdest du sagen, dass das jetzt mit Tala ... Also, das war ja keine ruhige Szene. Nein, aber das Shaken dazu war zu heftig. Das kann man da ein bisschen minimieren. Man kann es ein bisschen erhöhen, wenn plötzlich geschossen wird und Sachen explodieren. Und wenn Leute sich unterhalten, kannst du es ja ein bisschen minimieren. Aber das machen sie ja nicht. Das shaktet ja da genauso, als ob da gerade was explodiert. Und das geht mir auf den Sack. Ja, gut. Also, es hat mich ... Kann man sicherlich so sehen. Also, mich hat es tatsächlich nicht gestört. Aber ich achte auch meistens nicht auf so was, wenn es jetzt nicht, wer weiß wie, übertrieben ist. Ich weiß nicht, Christoph, hast du das irgendwie störend wahrgenommen? Nein, ich war mit der Szene alles in allem zufrieden. Und die Kamera war mir nicht zu shaky. Die Musik war mir nicht zu schmalzy. Also, ich habe eigentlich beide Kritikpunkte, kann ich da beide nicht erwidern. Okay. Okay. Ja, jedenfalls sind sie erst mal sicher. Dem Anschein nach zumindest. Und dann fragen sie sich so langsam, ja, Leia, wie lange brauchst du denn noch? Sie ist dran. Und dann sehen wir Vader auf seinem Sternzerstörer, der dann mitgeteilt bekommt, dass die Großinquisitoren die Verteilung durchbrochen haben und sie Obi-Wan bald haben werden. Und Vader ordnet aber tatsächlich an, den Angriff einzustellen. Beziehungsweise, dass Reaver den einstellen soll. Und dann sind die Imperialen auch ein bisschen verdutzt. Und dann meint Vader, er gehört so oder so schon uns. Und wir haben wieder eine Überleitung zu dem Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan von vor zig Jahren. Und da merkt man auch schon, dass Anakin da sehr siegessicher ist. Und dann zu Obi-Wan sagt, dass er sich seine Niederlage eingestehen soll. Und ich muss sagen, es ist schon ... Also, wie sie das hier rein montiert haben, darüber kann man streiten. Aber es ist so rein dramaturgisch schon eigentlich ganz clever gemacht. So diese Gegenüberstellung. Ich fand's sehr passend, ja. Die haben wirklich diesen Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan, der quasi die ganze Folge begleitet, immer wieder ein Stückweise. Schön dargestellt, wie der Kampf anfängt, wie er weitergeht, wie er quasi in eine Endphase gerät. Und quasi das widerspiegelt, was Vader auch dann jetzt macht. Genau. Es sind so 1-zu-1-Kopien von damals zu heute. Seine Vorgehensweise einfach, ne? Vorgehensweise, genau. Das ist so gut geschrieben, da sag ich mal auf alle Fälle, das ist Andrew Stantons Anteil an dieser Episode. Ich nehm mal an, das war irgendwo seine Idee. Wenn die komplette Rückblende nicht auch seine Idee war, aber die Idee, die so über die Episode zu verteilen und bei bestimmten Momenten, wo diese Charakterzüge zur Geltung kommen, dann wieder zu zeigen. Ja. Ich sage mal, das war Andrew Stantons Beitrag. Ja, die Schwäche ist dann halt eher so ein bisschen da der Schnitt von Deborah Chow, ne? Also sie, ich weiß nicht, diese Rückblenden hätte man ein bisschen besser einmontieren können. Aber na ja. Und man merkt dann, dass Obi-Wan halt, ja, erkennt Anakin eben und hat die Erkenntnis, dass Vader nur ihn will. Und dann streitet er sich mit Rokon. Der meint, ja, also wenn du jetzt gehst, dann ist Talas Tod völlig sinnlos gewesen. Obi-Wan weiß aber ganz genau, was Vader will, beziehungsweise wie er denkt. Er weiß auch, wie Obi-Wan tickt. Nämlich, dass Obi-Wan alles tun würde, um die Überlebenden dort zu schützen und zu retten. Und er verabschiedet sich dann, will sich ergeben. Ohne Waffe ergibt diesen Kommunikator weiter an Haja. Und, ja, stellt sich dem Imperium. Und die greifen dann auch relativ schnell zu. Also da kommen dann Stormtrooper, die ihm Fesseln anlegen. Währenddessen wird dann noch mal Leia gezeigt, die immer noch nach diesem blöden Kontakt sucht, den man außer Kraft setzen soll. Und hier kommt dann so langsam, ja, ihr nettes Spielzeug ins Spiel, was nicht mehr ganz so nett ist. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hätte man da deutlich mehr draus machen können. Wie gesagt, ja, die Auflösung war ziemlich schnell. Wenn man bedenkt, was für ein doch relativ wichtiger Plotpoint das war, dass Lola mitverantwortlich dafür war, dass die Gruppe erst in diese Situation kam und denen auch für eine gewisse Zeit lang so hilflos ausgeliefert waren. Aber gut, Leia reißt das Ding raus und Lola ist wieder ihr Haustier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, einerseits ist es zu simpel, andererseits der Fokus der Episode ist jetzt klar und wir haben Wichtigeres zu tun. Deswegen, ja, abgehakt und weiter. Leia ist wirklich eh so ein bisschen so eine Plot-Device in der Folge. Und dementsprechend das auch. Fand ich aber okay. Obi-Wan wird dann natürlich direkt vor die Großinquisitorin geführt. Und die sagt, informiert Lord Vader, wir haben Obi-Wan und er wird schon bald tot sein. Und da ist es wieder so, dass Moses Ingram so übertrieben ausdrucksstark sich äußert oder so ein bisschen überzogen einfach agiert für die Stormtrooper drumherum. Also da schlüpft sie wieder so ein bisschen in ihre Rolle, die sie eigentlich gar nicht mal so gut spielt beziehungsweise einfach zu übertrieben. Das wirkt so ein bisschen wie jemand, der eigentlich gut ist und dann vorgaukeln muss, dass er ja total böse ist. Ne, over-act quasi, ne? Ja. Aber das ist ja Teil ihrer Performance. Also das fand ich, also wirklich, manche Leute können jetzt echt mal sich, glaube ich, ein bisschen entschuldigen bei Moses Ingram. Ich stelle euch vor jetzt, die nächsten Tage Moses Ingram macht ihren Twitter-Account auf und da apologize, apologize, apologize. Genau, a love storm, ja. Ja, der wird, glaube ich, nicht mehr kommen. Aber was ich hier dann ein bisschen plakativ von der Schreibe her fand, Obi-Wan sagt dann ja wirklich so zu ihr, ja, du bringst mich doch gar nicht zu Vader, sondern ich bringe dich zu Vader. Und dass sie dann eben die Gelegenheit hat, ihn vermutlich zu töten, ähnlich wie sie es mit dem Großinquisitor getan hat, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Also das hätte man nicht unbedingt aussprechen müssen, finde ich. Ja, es hätte auch einen verwirren können, nicht wahr? Ja, nee. Aber so, warte mal, ich musste da kurz überlegen, so, warte mal, was, er jetzt, sie, nee, sie, er, ihn, nee. Vader, sie, nee, sie, Vader, nee. Warte mal, wer, 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 wer werkt jetzt wen, was? Dann weiß Obi-Wan aber vor allem, wie er sie auch emotional kriegen kann, sondern er sagt nämlich zu ihr, ja, also da drin sind Familien und alles und du willst doch nicht, dass er denen dasselbe antut, was er damals deiner Familie im Jedi-Tempel angetan hat. Ne, und dass sie, dass sie dem gemeinsam ein Ende setzen können. Ja, man merkt, dass Reaver da trotzdem irgendwie schon, also auch wenn sie es sich nicht so anmerken lassen will, sie redet doch sehr vertraut mit dem, was ich halt so ein bisschen komisch fand, drumherum stehen, halt ein Haufen Sturmtruppler, ne? Ja, ja. Da kommt das rein, was du in der letzten Folge schon bemäckelt hast, mit Tala in der Station. Und dass da niemand drauf aufmerksam wurde. Aber okay. Die Stormtrooper, wer weiß, was die machen. Vielleicht haben die in ihren Helmen auch Dinge eingebaut, die eingeblendet werden, können darüber kommunizieren mit anderen, sagen irgendwie, hey, sollte nicht die T64 endlich mal repariert werden? Solche Dialoge haben die ja tatsächlich hier und da. Ja, die macht eine Menge her. Ich will mich versetzen lassen. In Sektor 7 war eine Stelle frei, da habe ich mich beworben. Ja, ja. Sowas reden die ja immer, ne? Auch in den Games zum Beispiel. Ja. Dann haben wir wieder einen Sprung in die Vergangenheit, äh, zu dem Kampf Anakin gegen Obi-Wan. Und man merkt, dass, ja, dass das Anakin halt auch sehr siegessicher agiert, ne? Und halt die ganze Zeit will eigentlich, dass Obi-Wan sich seine Niederlage eingesteht. Und man merkt, dass, also, dass das Obi-Wan schon manchmal echt schwer gegen ihn ankommt, ne? I have the high ground. Ja, aber so immer dann, wenn, ja, wenn Anakin vom Stolz geblendet ist, dann passiert immer das Gleiche, wenn die beiden gegeneinander kommen. Genau. Das war so ein bisschen wie mit Bruce Wayne und Ra's al Ghul auf dem zugefrorenen See. Das Ende dieses Kampfes. Genau. Du hast nie gelernt, auf deine Umgebung zu achten. Also, da ist Obi-Wan auch tatsächlich so, beziehungsweise stellt er fest, dass Anakin einfach so versessen auf den Sieg ist, dass er davon geblendet wird. Das ist ja letzten Endes auch sein Ehrgeiz. Und das ist auch, was Vader durchaus auszeichnet. Und er schlägt aber trotzdem Obi-Wan das Lichtschwert weg. Und dann haben wir natürlich die Überleitung zu Vader, der sich jetzt höchstpersönlich alleine in den Tunnel begibt, um die restliche Bevölkerung sich zu krallen. Also, Reaver sagt dann auch, wir haben Obi-Wan bereits in Gewahrsam genommen und das interessiert Vader gar nicht, sondern er marschiert voran. Ich weiß gar nicht, haben die Obi-Wan freigelassen? Oder er konnte sich befreien, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das sieht man ja nicht. Sie sagt ja zu Vader, er wartet da drin auf dich. Oder wir haben ihn da drin gestellt. Das war ja Teil des Plans. Und in Wahrheit ist der schon längst entkommen. Und Vader will höchstpersönlich sich der Situation annehmen. Dann sieht man halt, dass Obi-Wan diese beiden Wachen, die ihn eigentlich abführen sollten, relativ schnell natürlich überwunden hat. Währenddessen ist Leia immer noch am Fuhrwerken. Und das ist ja dann auch der Moment, wo sie diesen Bolzen da entfernt. Ja, gut. Kann man irgendwo durchwinken, ist okay, dass sie den nicht auch schon vorher gesehen hat oder dass ihr nicht aufgefallen ist. Vielleicht, dass der jetzt blutroter Augen hatte zwischendurch der Droide. Na ja. Vader spaziert jedenfalls durch die Gänge, die gespickt sind mit Stormtrooper-Leichen. Ja, und jetzt sieht Reaver ihre Gelegenheit gekommen. Leia ist es mittlerweile gelungen, das richtige Kabel zu ziehen. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? Und dann können die endlich alle raus, beziehungsweise sie können in diesen Transporter. Diese Schleuse nach oben wurde jetzt geöffnet. Und dann kommt natürlich Obi-Wan angeeilt zu ihr. Und das fand ich halt auch einen echt bitteren Moment. Und die erste Frage, die Leia Obi-Wan stellt, wo ist Tala? Ja, gut, dass man einfach nur Obi-Wans Reaktion gesehen hat und man hat Leias Reaktion nicht gesehen. Weil ich hab ja Vivian Lyra Blairs Spiel die ganze Staffel hindurch immer gelobt. Und ich bin mir sicher, wenn wir eine Szene gehabt hätten, die länger gedauert hätte und wir hätten Leias Reaktion auf Talas Tod gesehen, sie hätte uns das Herz aus der Brust gerissen. Deswegen in dem Falle verschont uns mit ihrem großartigen Spiel. Ich hätt sie jetzt nicht gerne heulen gesehen. Deswegen war okay, war ich damit zufrieden, dass die Szene kurz gehalten war. Ja, aber sie hat auch tatsächlich, also sie hat schon, als dann Obi-Wan sie erst umarmt und ihr das nicht wirklich saßt, sondern meint, komm, wir müssen jetzt zum Transporter. Da sieht man trotzdem einen gewissen Gesichtsausdruck bei ihr, der sehr, sehr betrübt ist an der Stelle. Also ich muss sagen, mit jeder Folge wächst eigentlich meine Begeisterung für diese ... Also ich halte die mittlerweile wirklich bald für eine herausragende Kinderdarstellerin, muss ich einfach nur noch mal sagen. Da kann man hoffen, dass das irgendwas wird wie bei anderen Jungschauspielern, dass man die noch viele, viele Jahre sieht. Oh ja, und dass sie nicht irgendwie so ein typisches Weißer nicht verweist. Vielleicht ... Das weibliche Gegenstück zu Jake Lloyd. Ja, nee, auf keinen Fall, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil Jake Lloyd, ja gut, das war schwierig. Jedenfalls gehen die dann alle in den Transporter und Hajar vergisst aber dummerweise diesen Kommunikator, der einfach in den Staub fällt und zurückbleibt. Vader marschiert währenddessen durch den Gang, ist nicht aufzuhalten, da ist auch praktisch keiner. Und dann kommt vermutlich mit der geilste Moment dieser ganzen Folge, weil Deborah Chow entfesselt endlich mal wieder Vader. Und auch wenn er hier ein bisschen overpowered ist, wie es immer so schön heißt, gegenüber der alten Trilogie vielleicht, wo man sich dann fragt, warum hat er da schon nicht sowas gemacht? Ich fand's geil, sorry. Ja, das war eine echt geile Szene. Die hat so richtig Kraft ausgestrahlt, ne? Ja. Ich möchte zu verraten, was er gemacht hat. Naja, er kommt da rein, der Transporter will abheben und ist auch schon in der Luft. Und dann schafft es Vader, ja, den Transporter sich mit der Macht zu angeln und tatsächlich zurück auf den Boden zu drücken. Und ich dachte mir echt so, erstens, ich will einen neuen gescheiten Teil von Star Wars The Force Unleashed und ich will eine Vader-Serie. Und das hab ich jetzt hier gesagt. Ja. Ich will eine Vader-Serie, meinetwegen auch inszeniert von Deborah Chow, weil das hat die Frau echt drauf. Ich glaub, du willst einfach nur ein Spiel, wo du als Vader alles kaputt machen kannst, was da macht. Ja, das gibt's ja. The Force Unleashed. Da hast du ja in der Öffnungssequenz, stürmst du da über Kashyyyk und schlachtest alle Wookies ab als Vader. Sehr, sehr geil. Das wär ein gut interessanter Ansatz. Man macht eine Vader-Serie, die funktioniert ein bisschen auf der Horrorschiene, wo Vader praktisch ein intergalaktischer Jason Voorhees ist und einfach nur rumgeht und hack, 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 hack. Ich würd's mir angucken. Vor allem er, also er zwingt ja nicht nur den Transporter auf den Boden. Sowas ähnliches haben wir ja schon mal gesehen, zum Beispiel in Episode 9, wo sich da Kylo Ren und Rey förmlich drum kloppen und... Tschui! Genau, genau. Oh Gott, hör auf. Du hast mit dem Beispiel angefangen. Ja, aber wir sehen ja hier was noch Geileres, weil er zwingt den Transporter nicht nur auf den Boden, sondern er fängt an, ihn mit der Macht auseinander zu pflücken. Und das fand ich so verdammt geil, muss ich einfach sagen. Das war respekt-einflößend. Also da hatte man wirklich kurz ein bisschen Schiss. Ohne Mist. Diese Kraft, die da ausgestrahlt wurde von ihm, erst dieser Kampf mit seiner Hand, dieses Raumschiff runterzuziehen, das war kein kleines, das war ein ziemlich ordentlicher Transporter, zieht den so runter, man merkt, er hat damit zu kämpfen. Das ist nicht einfach so mal Fingerschnümpfen Thanos-mäßig, sondern er hat zu kämpfen, rammt das Ding auf den Boden und als ob das nicht schon reicht, reißt er noch diese Wände da raus in die Türen, um da reinzukommen, wie ein Beam-Berserker. Das ist Wahnsinn. Großartig. Wahnsinn, wirklich. Also Vader habe ich, glaube ich, noch nie so entfesselt erlebt. Ernsthaft. Das ist echt das Highlight hier. Also es bringt ihm zwar nicht viel, weil dann startet ja, glaube ich, innerhalb des Schiffes wiederum ein kleineres Schiff. Das sah aus, ob es dahinter war irgendwie oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber gut, aber dahinter war ja nichts. Da hat man ja nichts gesehen. Also das war so ein bisschen komisch. Ja, aber das war clever. Weil die Kritik ist ja quasi, warum macht er mit dem kleinen Schiff nicht noch mal das Gleiche? Er hat praktisch vielleicht einen Großteil seiner Energie in dem Moment. Die Macht zu nutzen verlangt einem ja auch immer sehr viel ab. Und dann hat er seine komplette Energie auf dieses große Schiff gelenkt und war dann für den Moment so geschwächt, dass er das Kleine nicht mehr fassen konnte. Also da hat Obi-Wan als Machtnutzer und Machtkenner selber wahrscheinlich eben diese Idee gehabt. Von wegen, wir lassen ihn sich an diesem Schiff verausgaben, damit wir da mit dem schnelleren, kleineren fliehen. Ja, das passt ja auch dann natürlich zu dem, was er eben darüber weiß, wie der strategisch vorgeht. Dass er eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand will und immer geradewegs sich vor allem beweisen will. Und das ist dann natürlich auch die Überleitung zu der nochmaligen Rückblende, wo Obi-Wan dann langsam aber sicher Anakin im Kampf irgendwann rein Weine einschenkt und halt meint, dein Drang, dich zu beweisen, ist deine große Schwäche. Und solange du das nicht bewältigt bekommst, wirst du immer ein Padawan bleiben. Das ergibt dann im Endeffekt Sinn. Es ist richtig schlüssig, es ist richtig gut geschrieben. Es ist wirklich gut geschrieben. Da kann man nichts hinzufügen, ist einfach großartig umgesetzt. Ja, so gut von der Umsetzung hatte ich ja schon gesagt, aber wie es geschrieben ist, ist wirklich gut. Also in der Folge geht's halt ... Also generell geht's in der ganzen Serie eigentlich um Vader und Anakin. Äh, um Vader und Obi-Wan, ne? Und deren Verhältnis zueinander. Also was das angeht, hat Joby Harald nicht zu viel versprochen. Was ich hier übrigens noch ergänzen kann zu Joby Harald, ich weiß jetzt eventuell endlich, wie er zu dieser Serie gekommen ist. Es gibt nämlich eine Querverbindung zwischen ihm und Hayden Christensen. Und zwar hat Hayden Christensen so im 2007 einen Film gemacht namens Awake. Oh nein. Und dann aufgrund dieser Arbeit hat er ihn weiterempfohlen. Weil für jeden, der den Film kennt, den kann ich nur davon abraten. Und das kann es doch wirklich nicht sein. Nein, der Film ist wirklich totaler Mist. Ja, der ist mit Jessica Alba und Hayden Christensen in so einem ... Er liegt im Koma, in einem Wachkoma. Er weiß nicht, dass er ... Also die anderen wissen nicht, dass er alles hören kann. Und dann stellt sich heraus, Jessica Alba hat das irgendwie geplant, weil sie ein Versicherungsgeld will. Und ja, der ist ziemlich schlecht. Und die beiden haben auch keine gute Chemie. Aber Joby Harald hat also Awake geschrieben. Und Regie geführt. Und dadurch ... Oh, ja. Okay, der Mann hat viel gelernt seit 2007. Lass mich mal so stehen. Ja, wer weiß. Also, weil ich hab den Eindruck, dass das gute Drehbuch eher hier auf das Konto von Andrew Stanton geht. Aber na ja, jedenfalls wissen wir ähnlich, wie er seinen Weg wahrscheinlich zu dieser Serie gefunden hat. Dann haben wir eben, ja, die finale Szene zwischen ... Oder die eigentlich wirklich relevante Szene zwischen Riva und Vader. Denn während Vader da steht und Gedanken verloren guckt, wie dieses Raumschiff dann doch noch abhebt, kommt hinter ihm Riva ran, will ihn eigentlich schon ... Ja, weiß ich nicht. Sie will ihn eigentlich von hinten erschlagen. Und er schafft es aber, ohne sich umzudrehen, ihr Lichtschwert mit der Macht abzuwehren. Und dass auch dann der darauffolgende Kampf, den Vader größtenteils nur mit seinen Händen ausfechtet und sie eben mit einem Lichtschwert, was zwischendurch auch noch zum Doppelten wird, Darth Maul es grüßen. Daran musste ich auch denken an das Doppellaser-Schwert von Darth Maul. Ja, wer nicht. Als es dann kam, das war so purer Fenster. Oh ja, zwei Klingen. Ach ja, nee, nee, also das war ja vorher schon, das ist ja dieses ... Also das ist ja das, was der Großinquisitor hat. Und das hat er ja auch schon in der zweiten Folge benutzt, um hier Flea zu töten tatsächlich. Oder unter Druck zu setzen, indem er das so hat wirbeln lassen. Das ist nicht Flea, das ist Needles. Needles. Ja, Needles. Keiner weiß, wie er hier tatsächlich in der Serie hieß. Ist auch scheißegal. Ist Flea oder Needles. Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Kampf gesehen, wo jemand mit einem Lichtschwert kämpft und der andere nur mit den Händen das abwehrt? Nein. Es wirkt eher wie so ein Boxkampf, wo der eine Boxer so von sich überzeugt ist, dass er keine Verteidigung oben hat. Was es ja schon mehrmals gab. Ja. Ich glaube, es gab mal irgendeinen Klitschkurve-Kampf, wo er die ganze Zeit die Verteidigung unten gelassen hat, um einfach nur zu zeigen, ich habe keinen Respekt vor dir. Ich werde meine Verteidigung nicht für dich hochnehmen. Und so wirkte das, so wie er nur mit der Macht ohne Laserschwert, du kannst mir gar nichts, ich halte das alles auf, nur mit meiner puren Macht. So wirkte das halt. Er spielt mit ihr durchgehend. Allein schon, dass er dann die Doppelklinge in der Mitte durchbricht und er wirft ihr das Schwert hin, von wegen so, jetzt kämpfen wir damit. Ich habe jetzt ein bisschen mit dir gespielt, jetzt kämpfen wir so, von wegen ihr eine faire Chance zu geben. Das war von Anfang an einfach nur, ja. Ich habe jetzt ein bisschen mit der Macht abgewährt, jetzt möchte ich auch nochmal das Lichtschwert nutzen, weil damit werde ich dich letzten Endes kalt machen. Ja, ich dachte mir auch so, hat Vader völlig den Kampf ausgefochten mit einem auf den Rücken gebundenen Arm oder so. Weil er macht das ja schon wirklich lässig, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe sowas echt noch nie gesehen und ich fand es verdammt geil, wie der nicht nur so ausweicht, sondern eben wirklich mit der Hand, mit der Macht ihr Lichtschwert abwehrt oder einfach in eine völlig andere Richtung lenkt. Das fand ich richtig, richtig, richtig klasse. Also das war viel besser als einfach jetzt so ein ganz klassischer Lichtschwertkampf, den wir dann natürlich auch noch danach kriegen zwischen beiden. Auch wenn er relativ kurz ist, aber auch sehr, sehr dynamisch tatsächlich. Also fand ich auch, vor allem wie Reaver sich bewegt, ne. Ganz anderer Kampfstil als Vader und Vader schnappt sich dann aber irgendwann ihr Lichtschwert auch mit der Macht und ja, hat sie dann auf den Knien und man denkt sich so, er schlägt ihr den Kopf ab. Vor allem weiß er aber auch, also nicht nur, dass er zwischendurch dann ja auch schon zu ihr sagt, dass es von Obi-Wan wirklich klug war, sie gegen ihn auszuspielen, sondern er eröffnet ihr auch, dass er eigentlich die ganze Zeit wusste, wer sie wirklich ist. Also er nennt sie dann auch Jüngling. Jetzt ist die Frage, wie glaubwürdig war das für euch, dass er das wusste? Ähm, glaubwürdig schon, weil er ist der fucking Darth Vader und er weiß ja auch, was für Personen damals in dem Tempel waren. Er hat diese ganze Geschichte mit dem Imperator eingefädelt, der Imperator hat es eingefädelt und ihn praktisch zur Schachfigur gemacht, ja. Aber dass er kein Problem damit hat, die Vergangenheit einer Person zurückzuverfolgen, die im Imperium Karriere machen will, das finde ich vollkommen schlüssig und halte ich nicht für weit hergeholt. Aber darf ich mal eine Anmerkung machen? Wir wissen, Darth Vader ist sehr Machtensfindsam. Ja. Und das hat die Folge wieder gezeigt, wie er das kann, wie er quasi Menschen lesen kann. Und ich erinnere euch an Episode 6, wo Vader Luke liest und er dann rausfindet, du hast also eine Zwillingsschwester. Das spürt er in der Macht, ja. By the way, ich hab übrigens, ich hab ne Tochter und seine Tochter war in dem Moment nur ein paar Meter von ihm weg. Ja. Und das ist irgendwie, wo ich sage, er ist so empfindsam bei Riva, kann aber nicht spüren, dass dort Leia ist, die seine Tochter ist. Und da muss ich sagen, das ist so ein Ding, wo ich nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Wenn er also Machtempfindsam ist, wieso zum Geier, erfährt er 22 Jahre lang nicht oder 20 Jahre nicht, dass er eine Tochter hat, obwohl sie fünf Meter von ihm entfernt war quasi. Ja, das hätte man schon in der Originaltrilogie anbringen können. Wenn er am Anfang auf dem Konsularschiff halt Leia verhört, mit ihr da in dem Gang spricht, dass da nicht jede Zelle, jede Pore seines Körpers sagt, das ist gerade meine Tochter hier. Er hat sie ja auch gefoltert dann in Episode 4. Aber daran merkt man eben auch, dass es ja nicht von Anfang an geplant war, dass Luke und Leia Geschwister sind. Was man halt sehr deutlich merkt, weil Luke halt ja wirklich am Anfang romantische Avancen für Leia hat, ne? Eigentlich von Anfang an. Ja, aber man kann das vielleicht so herleiten, dass es ist für Vader einfacher, Leute zu lesen, die ja selber machtsensitiv ist. Das ist ja nun mal Riva auch und das ist Luke. Und Leia wurde es auch, aber später. Luke hat es ihr ja praktisch beigebracht, zwischen Episode 6 und 7 die Macht zu nutzen. Davor war Leia dafür nicht anfällig und weil sie dafür nicht anfällig war, konnte Vader das vielleicht auch nicht in ihr sehen. Rate ich jetzt einfach mal ins Blaue. Ja. Naja, es gibt Sinn, ja, du hast recht. Er ist ja mit Macht im Finster. Wenn sie aber keine Macht hat, kann er sie auch nicht lesen. Ja, gut, okay, ja. Vielleicht. Ich meine, ich finde es immer noch weit hergeholt, dass er nicht einfach merken kann, das ist meine Tochter. Aber okay, ne? Da war ja nie irgendwas so gut geplant, wie George Lucas uns das immer verkaufen wollte. Ich muss bedenken, das mit den Kindern wurde ja auch wirklich geheim gehalten. Also, Padme, als sie begraben wurde, sollte sie wirken, als sei sie immer noch schwanger gewesen. Und als wenn die Kinder mit gestorben wären, beziehungsweise im Mutterleib eigentlich gestorben wären. Und der Schmach von Reaver setzt Vader dann noch einen drauf, beziehungsweise er sagte, ja, du bist mir nicht mehr von Nutzen, kein bisschen. Er hat eigentlich wohl schon relativ früh geplant oder erahnt, was mit ihr ist. Und um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, stiefelt dann auch noch der Großinquisitor ins Bild, also der Originale, den sie ja eigentlich in der zweiten Episode getötet hatte. Und ja, jetzt können hier Leute aufatmen, denn nein, der Kanon von Star Wars wird hier tatsächlich nicht torpediert, wie viele Fans es befürchtet hatten. Weil der hat ja noch eine ordentliche Rolle in Rebels zu spielen. Jetzt ist so an euch beide mal die Frage, die ja auch Rebels nicht gesehen haben. Fandet ihr das komisch, dass er das überlebt hat? Also es war ein direkter Stich in den Magen, haben manche Leute da schon überlebt, manche nicht. Steht ihm neutral gegenüber. Ich hab da nicht groß drüber nachgedacht, die Inquisitoren sind mir irgendwie nicht so zugänglich. Und ich muss jetzt überlegen, als wo du sagst, der wurde in der zweiten Folge abgestochen, das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr. Also keine Ahnung, das ist, ja, ist mir relativ egal irgendwie. Die Inquisitoren sind für mich so Zweckmittel. Die wurden dazu gedichtet, die kommen in Episode 4, 5, 6 nicht vor. Die wurden für Episode 2, Schrägstrich nach Clone Wars irgendwie hinzugedichtet für Rebels und werden jetzt in Kenobi mitbenutzt, damit die einen Bösewicht haben. Das ist so ein Zweckmittel. Die sind nicht, das ist so einer von diesen Flicken, die auf Star Wars draufgeklebt werden. Also ich mein, in Episode 4 hast du sie halt nicht mehr, weil da die Jedi mittlerweile ausgerottet sind, dank der Inquisitoren. Ne, das stimmt nicht, es gibt noch welche, wissen wir. Jetzt im Nachhinein sind es immer mehr. Eigentlich dachten wir, es ist nur Kenobi und Yoda. Ja, ja, aber die sind. Ja, äh, äh, dann ist doch, äh, äh, Ahsoka ist auch noch irgendwo. Und das wird nicht die Einzige sein, das sind nur noch mehr irgendwo. Ja, die sind nur völlig verstreut, ne, in der Galaxis, das ist es halt. Also ich würde sagen, die Inquisitoren sind ziemlich inkompetent. Naja, also so viele Jedi, sie leben ja auf jeden Fall nicht mehr. Und, äh, der Großinquisitor, also man kann davon ausgehen, dass Vader wohl auch wusste, dass, äh, der Großinquisitor nicht tot ist, weil Reaver hatte es ihm ja in der dritten Folge so verkauft, dass Obi-Wan den ermordet hätte. Und in Wahrheit war es ja sie. Man muss jetzt auch zu dem sagen, der ist ja, wenn ihr das so gesehen habt, der ist ja keine menschliche Spezies. Der gehört derjenige an, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, die wir in, äh, Episode 3, also in die Rache der Sith, auf Utapau gesehen haben. Das ist hier tatsächlich dieselbe Spezies, die werden auch wohl sehr alt. Und was besonders ist, die haben anscheinend zwei Mägen. Und wenn Reaver, äh, ich weiß nicht, wo die Dänels getroffen hat, aber es ist schon möglich, dass er das vielleicht überlebt hat. Er ist, wie gesagt, kein Mensch. Es gibt auch in den Rebels zum Beispiel, gibt es auch eine Folge, wo der, äh, erstmal eigentlich weg ist. Also, da ist er tatsächlich in der ersten Staffel der Hauptantagonist. Und da sagt er dann aber auch kurz bevor er, äh, scheinbar auch abkratzt, ja, es gibt Schlimmeres als den Tod. Also, kann es sein, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass der Kerl, äh, ja, schnell wieder zurückkommt. Und jedenfalls rächt er sich dann eigentlich nochmal an Reaver, in dem er ihr, äh, einschenkt, dass, dass ihre Wut zwar nützlich war, aber dass sie jetzt mittlerweile nur noch lästig geworden ist. Und dass sie sie genauso zurücklassen, wie sie sie gefunden haben, nämlich in der Gosse und im Dreck. Das heißt doch, wenn die zwei Mägen haben, kann ich Kühe dreimal am Bauch stechen, bevor sie sterben, oder was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Die restliche Anatomie ist wohl auch ganz besonders robust. Genau. Na gut. Ja, Reaver bleibt dort halbtot liegen. Ist eigentlich auch wieder eine Spiegelung, ne, gegenüber dem, dem, was sie da erzählt hat, äh, aus dem Jedi-Tankment. Nur, dass sie halt diesmal hier nicht vorgaukelt, dass sie halbtot ist, sondern dass sie, äh, im Sterben liegt. Währenddessen entkommt der Transporter, äh, aus dem System mittlerweile. Die sind alle gerettet. Der Hyperantrieb ist allerdings ausgefallen, sagt Roken zu Obi-Wan und, ähm ... Woher kenne ich das? Ja. Ja. Genau wie der Peilsender, ne? Genau. Stimmt es, da, wo es Tropen schweren, niemals sterben. Genau, und sie haben vor allem ja auch keinen R2-D2, der das mal eben fixen kann. Ja. Sie haben natürlich Vader und den Großinquisitor im Nacken. Also werden sie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig entkommen können. Ah, apropos, aber R2-D2 muss ja irgendwann vorkommen. Ja, wahrscheinlich auf Alderaan. Ganz zum Schluss. Weil, ne, genau. Richtig. Captain Antilles. Genau, äh, Reva, äh, krallt sich dann tatsächlich noch so halbtot voran. Reva greift auch nach ihrem Lichtschwert und währenddessen spürt Obi-Wan eine ... Ja, weiß nicht, spürt er schon eine Erschütterung der Macht. Auf jeden Fall hat er ein ungutes Gefühl. Reva findet nämlich diesen Kommunikator, den, äh, Haja verloren hatte und auf dem halt eben die Message von Bail Organa gespeichert ist. Die repariert das Ding, also Reva, und hört dann so einen Bruchteil dieser Meldung, wo davon die Rede ist, dass Bail Organa nach Tatooine aufbrechen und Owen Lars und den Jungen beschützen will. Und, ja, das ist natürlich eine ungute Vorahnung, beziehungsweise Obi-Wan gibt es dann als, äh, ja, nichts Besonderes gegenüber Roken aus und wir ... Ich dachte wirklich erst, der Cliffhanger wäre dieser wirklich bedeutungsschwangere Blick von Obi-Wan in die Kamera, der wirklich merkt, dass, dass da nichts Gutes anrollt, aber nein, wir haben dann tatsächlich noch ein Panorama-Shot auf Tatooine und dann auf die Lars-Farm und das Letzte, was wir sehen, ist Klein-Luke, beziehungsweise Grant Feely oder wie der heißt, den sie da gecastet haben, der im Bett liegt und schläft und Schwarzblende. Ja. Damit sind wir am Ende der Folge. Kann man ja wirklich sagen, habt ihr damit gerechnet, dass Luke nochmal auftauchen wird? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hab ja, hab ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir von Luke wahrscheinlich irgendwie nur, äh, Weitwinkel-Shots von Weitem sehen, wie er da irgendwie rumspielt oder so. Ja, du musst ja noch Interaktionen haben, vielleicht wo Luke ein bisschen größer wird oder älter wird. Also ich könnt mir vorstellen, dass dann in Staffel zwei wir die Luke-Staffel haben. Also in der ersten Staffel quasi die Leia-Staffel und in der zweiten dann die Luke-Staffel vielleicht. Und dass du halt ein bisschen so über seine Kindheit lernst, über die, über seine Freunde wie Bix zum Beispiel, wie hieß er, Bix, glaub ich, ja, mit der Toschi-Station, wo die da mal rumhängen und das erste Mal Flugstunden oder sowas. Das könnte man da irgendwie einbauen. Oh ja, einfach, wir haben ja auch so viel Informationen über das, was er da so treibt und dann können wir das zum allerersten Mal alles zu sehen bekommen. Und die werden der Versuchung nicht widerstehen, zu zeigen, wie er mit seiner T-16 Wurmratten abknallt. Ach, ob ich das jetzt unbedingt sehen muss, ich weiß nicht. Werden wir, werden wir, werden wir. Also ob wir überhaupt eine zweite Staffel bekommen, sei mir jetzt dahingestellt. Ich muss sagen, die Folge fühlt sich eigentlich eher so an, als würden wir keine bekommen. Aber ich bin tatsächlich gespannt und ich glaube, wir können jetzt auch mal so insgesamt sagen, es ist alles in allem, also gegenüber der vierten Folge ist es eine immense Steigerung und es ist womöglich auch mit die beste Folge bislang der Serie für mich. Ja, locker. Also der hat in Sachen Tempo und Dramatik hat die Folge das abgeliefert, was ich ja bei den ersten Vieren schmerzlich vermisst habe. Die Charakterinteraktion, die Offenbarung über Riva hat alles perfekt gestimmt und ist einfach auch eine super Überleitung für das Finale, weil es sind die wichtigsten Fragen, die sind halt jetzt noch offen. Und ja, hervorragende Herleitfolge für das Finale, die trotzdem kein Filler war und auch schon ordentlich was geboten hat. Und wirklich gut geschrieben war. Also Kudos an Andrew Stanton beim Drehbuch. Ja, Kenny, hast du noch was? Äh, eigentlich nicht. Wir können jetzt noch Ewigkeiten drüber spattronieren, wie kanongerecht das alles ist mit vielen Aussagen von Episode 4. Aber das sprengt hier den Rahmen. Ja, ich glaube, das wird man auch erst nach nächster Woche oder also nächste Woche erst beurteilen können. Also ich kann nur sagen, ich fand die Folge wirklich gut, weil ich war tatsächlich neugierig halt wegen eben Andrew Stanton am Skript. Es ist auch tatsächlich die einzige Folge, die er geschrieben hat. Wer weiß, vielleicht sickert's ja durch. Es kann ja sein, dass er die Sechste auch nochmal geschrieben hat, wobei dann, ach ja, doch, sehe ich gerade, da ist er auch dabei. Und Hossein Amini hat da tatsächlich wieder einen Credit. Also man darf gespannt sein. Aber insgesamt, nee, wirklich, wirklich richtig, richtig gute Folge. Folge, die auf jeden Fall die Weichen legt für ein Finale, wo tatsächlich noch Luke eine Rolle spielen könnte und wo wir vielleicht noch auf eine zweite Staffel Obi-Wan hinschreiten. Nee, eine wirklich gute Folge, die vor allem der Reaver-Figur mehr Fleisch gegeben hat, die der Thaler-Figur noch ein bisschen Substanz gab, bevor sie von Dannen zog. Ich mochte die tatsächlich sehr, sehr gerne. Also herzlichen Dank nochmal an Indira Farmer. Ja, so alles in allem, kann man sagen, waren wir auf jeden Fall alle drei irgendwo sehr zufrieden, oder? Absolut. Ja. Zufrieden. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. Kenny, war echt cool, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank, dass du mich mitmachen hast. Ja, natürlich. Ja, wir gehen einmal so quer durch die Redaktion hier, habe ich das Gefühl. Es steht auch noch gar nicht fest, wer jetzt beim Finale dabei sein soll. Also seid gespannt da draußen. Ich hoffe jedenfalls, es macht euch weiterhin so viel Spaß wie uns. Und ja, ihr könnt unserem Podcast auf jeden Fall was abgewinnen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Kenny, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche nicht. Aber wir schreiben ja dann wahrscheinlich im Redaktionschat, wie dir die Folge gefallen hat. Ich bin selber sehr gespannt, wer hier nächste Woche auch auflaufen wird. Mal gucken, vielleicht sogar Chef Andi, keine Ahnung. Wer könnte es sein? Vielleicht du. Oder du. Oder auch du. Genau. Das ist wahrscheinlich das größere Rätsel als das, wie viel wir vom jungen Luke nächste Woche sehen werden. Das heben wir uns für nächste Woche auf. Christopher, ich würde sagen, wir sind raus. Und ganz traditionell, möge die Macht mit euch sein. Bis nächste Woche. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus